Die dramatische Umbruchzeit des späten 11. und beginnenden 12. Jahrhunderts gehört zu den Lieblingsthemen der Mittelalterforschung. Machtkämpfe, Konflikte und Krisen beherrschen in dieser Zeit die gesamte lateinische Christenheit. Kirchenreform und Enzakralisierung stehen auf der Tagesordnung der Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Welt, deren zentrale Gestalten Papst Gregor VII. und König Heinrich IV. sind. Sprichwörtlich bis heute ist der Gang nach Canossa geblieben, den der schon zu Lebzeiten äußerst umstrittene und polarisierende König unternahm. Die Gegner Heinrichs IV. unter den Geschichtsschreibern seiner Zeit scheuten keine Mühen, ihn zum Gegenbild eines christlichen Herrschers zu stilisieren. Warum hat Heinrich IV. die Mächtigen seiner Zeit, die weltlichen und geistlichen Fürsten, die sich in den vorhergehenden Jahrhunderten als Partner des Königtums etabliert und bewährt hatten, so nachhaltig provoziert? Seinen ausgeprägten Hang zum Bruch mit Konventionen, zum Beispiel die anderen Fürsten angemessen an der Regierung zu beteiligen, offenbarte der König gleich zu Anfang seiner selbstständigen Herrschaft ab dem Jahre 1056. So wurde Erzbischof Adalbert von ihm als alleiniger Ratgeber in so ungewöhnlicher Weise bevorzugt, dass dies die anderen Fürsten zu massiven Gegenreaktionen und zum Sturz des Günstlings veranlasste. Heinrichs vielfältige Abkehr von bewährten Herrschaftspraktiken schuf mannigfache Ursachen für Konflikte. Mit seinem Bruch der Gewohnheiten und seinen politischen Richtungswechseln zerstörte er nicht zuletzt das Vertrauen in die Integrität aller am politischen Prozess Beteiligten, ohne dass ein auf personalen Bindungen beruhendes Herrschaftssystem nicht funktionieren konnte. Insofern hat er ganz ohne Zweifel die Krise der Königsherrschaft seiner Zeit zu verantworten, wenn auch gewiss nicht allein. Verschärft hat die Krise die Tatsache, dass ihm in Gregor VII. ein Gegenspieler erwuchs, der päpstliche Ansprüche nicht nur zu formulieren, sondern auch in politische Dynamik umzusetzen wusste. Man kann darüber streiten, ob diese Ansprüche gerechtfertigt waren, wohl kaum aber darüber, dass Gregor VII. seinen Zielen treu und damit berechenbar blieb, was von Heinrich IV. nicht zu konstatieren ist. Man kann einem König des Mittelalters gewiss nicht gerecht werden, wenn man sich nicht über die Bedingungen Rechenschaft gibt, denen sein Handeln unterworfen war. Erst vor diesem Bedingungsgefüge werden ja individuelle Handlungsweisen eines Herrschers als solche erkennbar, wenn sie nämlich von den gängigen Mustern und Konventionen abweichen. Diese Konventionen für herrscherliches Handeln waren durchaus verschiedener Herkunft, denn sowohl die Kirche wie der Adel hatten es seit dem Frühmittelalter erreicht, dass die Herrscher den Erwartungen dieser ihrer wichtigsten Helfer in wesentlichen Fragen entsprechen und ihr Handeln an bestimmten Konventionen orientieren mussten, wenn sie nicht deren Unterstützung verlieren wollten. Abgeleitet waren diese Konventionen einmal aus den Erwartungen und Anforderungen, die die Kirche an Lebens- und Amtsführung eines christlichen Herrschers richtete. Zum anderen resultierten sie aus dem Wertehorizont adeligen Selbstverständnisses, das königlicher Machtentfaltung Grenzen setzte, weil es die Achtung der adeligen Ehre und des Ranges als Basis der Zusammenarbeit einforderte. Zwischen beiden Vorstellungshorizonten bestanden Konkurrenzen und Divergenzen, die nicht immer einfach zu überbrücken waren. Es ist aber im Wesentlichen gelungen, die durchaus unterschiedlichen Wertvorstellungen von Adel, Kirche und den Königen selbst so in Einklang zu bringen, dass aus ihnen Spielregeln der Politik hervorgingen, die Herrschaft in geordneten und akzeptierten Bahnen und Verfahren möglich machten. Zum Verständnis dieser durchaus fremdartigen Vorgänge ist es notwendig, sich von der Fixierung auf die Funktionsweisen des modernen Staates zu lösen und sich auf das einzulassen, was in der modernen Forschung konsensuale Herrschaft genannt wird. Denn diese Form der Herrschaft ist gerade für das Hochmittelalter charakteristisch. In vielfältigen Formen von Beratung stellte man Einigkeit darüber her, was zu tun sei. Dies geschah in einer mehr oder weniger dichten Folge von Hoftagen, zu denen sich die Großen des Reiches mit dem König trafen. Da sich die Gruppe dieser Großen aus kirchlichen Würdenträgern und aus dem Laienadel zusammensetzte, darf man davon ausgehen, dass dem König aus unterschiedlichen Perspektiven und Interessen Rat gegeben wurde. Königsherrschaft war im 11. Jahrhundert nicht denkbar ohne diese Beratung, deren Formen vielfältig waren und von der vertraulichen Vorklärung bis zur Inszenierung einer öffentlichen Beratung reichten, mit der längst ausgehandeltes verbindlich beschlossen wurde. Über Fragen des Ranges und der Nähe zum König entschied sich, wer an solchen Beratungen beteiligt wurde. Dieser Stellenwert der Beratung in der königlichen Herrschaftspraxis ist vor allem deshalb bewusst zu machen, weil einer der häufigsten und nach dem Gesagten auch gravierendsten Vorwürfe gegen Heinrich IV. war, er habe sich nicht oder von den falschen Leuten beraten lassen. Konsensuale Herrschaft realisierte sich durchaus nicht nur in Beratung. Nachdem man durch mündlich-persönliche Verhandlungen zum Konsens gefunden hatte, wurde dieser nämlich rituell handelnd öffentlich zum Ausdruck gebracht. Die Interaktionen im Kräftedreieck von Königtum, Adel und Kirche wurden von Wertevorstellungen und Normen geprägt, die durchaus unterschiedlich waren und sich teilweise auch diametral widersprachen. Dies schuf insgesamt im Herrschaftsverband eines hochmittelalterlichen Königs eine Situation, die man sich als durchaus agonal und konfliktträchtig vorstellen muss. Es konkurrierten nämlich Normen und Wertvorstellungen einer adeligen Kriegergesellschaft für die Ehre und Rang höchste Güter bedeuteten, mit dem Ethos des Christentums, das bekanntlich Nächsten, ja sogar Feindesliebe und Demut als höchste Tugenden propagierte. Und die Beachtung dieses Ethos wurde von den an den erwähnten Beratungen führend beteiligten Klerikern, insbesondere Bischöfen und Äbten, eingefordert, da sich nur so die wichtigste Voraussetzung der Königsherrschaft einstellte. Die Hilfe Gottes, ohne die auch der noch so mächtige Herrscher hilflos war. Den Spagat zwischen königlicher Prachtentfaltung und Herrschaftsrepräsentation, wie sie die adeligen Lehnsleute erwarteten, und der Beachtung christlicher Herrschertugenden zu verbringen, darf man sich daher alles andere als einfach vorstellen. Als Heinrich IV. seine Herrschaft antrat, war die Zusammenarbeit zwischen Königtum, Adel und Kirche schon lange Zeit praktiziert worden. Grundlage des Verhältnisses der Könige zum Adel war spätestens seit otonischer Zeit, dass die Könige die Erblichkeit der adeligen Stellung anerkannten und keine Versuche unternahmen durch Einbehaltung und Neuvergabe von Lehen oder Ämtern, Veränderungen in der Rangordnung des adeligen Herrschaftsverbandes durchzusetzen, um so eine Intensivierung der Dienstbereitschaft auf Seiten des Adels zu erreichen. Im Verhältnis zur Reichskirche hatten sich ebenfalls im 10. Jahrhundert feste Verfahren herausgebildet, wie sich der König in die Auswahl der Reichsbischöfe einschaltete. Ihm kam der entscheidende Einfluss bei der Auswahl des Kandidaten zu, auch wenn formal die kanonische Wahl durch Klerus und Volk der Bischofsstadt nie aufgegeben wurde. Seit dem Frühmittelalter hatten sich feste Gewohnheiten etabliert, die auf Prinzipien von Leistung und Gegenleistung basierten. Die Leistungen der Könige bestanden aus Schenkungen und Privilegien. Die Gegenleistungen der Kirchen aus dem Reichsdienst in Form von Beratung seit dem Beginn des 11. Jahrhunderts auch aus Beherbergung und Versorgung des Königs und seines Gefolges, sowie vor allem aus der Heeresfolge, die Bischöfe und Äbte persönlich und mit ihren weltlichen Vasallen leisteten. Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist. Es ist auffällig, wie schnell und entschieden sich Kaiser Heinrich III. darum bemühte, seinem am 11. November 1050 geborenen ersten Sohn, der zunächst den Namen Konrad erhielt, die Nachfolge in der Königswürde zu sichern. Dies mag damit zusammenhängen, dass der Kaiser auf einen Thronfolger lange warten musste, da seine Gemahlin Agnes ihm zunächst drei Töchter geboren hatte. Die Eile mag aber auch mit Problemen der Herrschaft dieses Saljas zusammenhängen. Jedenfalls ließ der kaiserliche Vater bereits am Weihnachtsfest 1050 dem noch ungetauften Sohn von den Anwesenden Großen Treue schwören. Die Taufe, nun auf den Namen Heinrich, erfolgte erst am nächsten Osterfest in Köln, wo niemand geringerer als Abt Hugo von Cluny als Taufpate fungierte, der sein Patenkind in vielen Notsituationen vermittelnd durch das ganze Leben begleiten sollte. Noch bevor Heinrich drei Jahre alt wurde, sorgte sein Vater auf einem Hoftag in Tribur dafür, dass die Großen des Reiches ihn zum Nachfolger wählten, was allerdings mit einem interessanten Zusatz und Vorbehalt versehen wurde. Wenn er ein gerechter Leiter werden würde. Man versteht diesen Vorbehalt wohl richtig, wenn man ihn in erster Linie als einen Hinweis der Fürsten auf ihr Wahlrecht auffasst, das sich nicht von der väterlichen Designation dominieren lassen wollte. Ein weiteres Jahr später wurde das Kind in Aachen von Erzbischof Hermann von Köln zum König geweiht. Bereits zuvor war es mit der bayerischen Herzogswürde bekleidet worden, die man einem Gegner Heinrichs des Dritten entzogen hatte. Auch die zukünftige Heirat des Sohnes leitete der Vater noch verbindlich in die Wege, denn am Weihnachtsfest des Jahres 1055 wurde der Thronfolger mit Bertha aus dem Hause der Markgrafen von Turin, die gleichfalls noch ein Kind war, verlobt. Die politische Absicht dieser Eheanbahnung bestand mit einiger Wahrscheinlichkeit darin, die Familie der Braut auf diese Weise zur Loyalität zu verpflichten. Ein letztes Mal sorgte Heinrich der Dritte auf dem Totenbett dafür, dass die Großen durch eine erneute Wahl des Sohnes dessen Thronfolge bestätigten. Alles in allem gelang also die Herrschaftsübergabe an den minderjährigen Sohn überraschend problemlos. Wenn es auch vereinzelt Überlegungen sächsischer Fürsten gab, Heinrich IV. die Herrschaft zu rauben, bevor er erwachsen sei, da er andernfalls in die Fußstapfen des Vaters treten und das Unrecht des Vaters fortsetzen würde. Die vielfältigen Aktivitäten Heinrichs des Dritten zur Sicherung der Nachfolge können den Eindruck erzeugen, er habe solche Probleme befürchtet, obwohl sich das Reich in dieser Zeit in keinem krisenhaften Zustand befunden hat. Angesichts des 1056 immer noch sehr jungen Alters Heinrichs des Vierten, der gerade sechs Jahre alt wurde, war eine lange Zeit der Regentschaft abzusehen, die besondere Gefährdungen mit sich brachte. Die Mutter hatte die Aufgabe, einen Kreis von Beratern um sich zu sammeln, in dem die relevanten politischen Kräfte und Interessengruppen vertreten waren. Nur so ließ sich vermitteln, dass die Regentschaft für einen gerechten Ausgleich der Interessen sorgte. Dem Mittelalter war das Bibelzitat aus Prediger 10, Vers 16 wohl vertraut, »Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist, und dessen Fürsten in der frühe Tafeln.« Der Herrschaftswechsel war zunächst ohne erkennbaren Widerstand vollzogen, und wenig deutete darauf hin, dass die Regentschaft der Kaiserin von großen Schwierigkeiten und einem fürstlichen Staatsstreich betroffen sein würde, in dessen Folge eine Gruppe von geistlichen und weltlichen Fürsten sich im Jahre 1062 genötigt sah, den heranwachsenden Heinrich der Regentin dadurch zu entziehen, dass sie ihn schlicht entführten. Im April des Jahres 1062 lockten die Teilhaber an diesem Plan, von denen Erzbischof Anno von Köln, Herzog Otto von Nordheim und Graf Egbert von Braunschweig namentlich genannt werden, den jungen König nach einem festlichen Mahl auf ein bei Kaiserswerth im Rhein ankernendes Schiff, das sie zu ihrem Zweck prächtig hatten herrichten lassen. Als der Knabe neugierig das Schiff betreten hatte, trieben die Ruderer es schnell in die Mitte des Stromes. Dies versetzte den jungen König so in Panik, dass er über Bord sprang und nur dadurch vor dem Ertrinken gerettet wurde, dass Graf Egbert ihm nachsetzte und ihn mit Mühe und Not auf das Schiff zurückbrachte. Des Königs und späteren Kaisers oft bezeugtes Misstrauen und seine Abneigung gegenüber Beratern mag ursächlich auch mit dieser für ihn traumatischen Erfahrung aus Kindertagen zu tun haben. Als Grund für diese Entführung wird in den Quellen akzentuiert, Kaiserin Agnes habe zu ausschließlich den Rat des Bischofs Heinrich von Augsburg gesucht und vorrangig mit diesem Reichsangelegenheiten entschieden. Hierdurch fühlten sich die anderen Fürsten zurückgesetzt und versuchten durch die Entführung des Kindes ihren Einfluss auf die Reichsgeschäfte wieder zu sichern. Diesen unwürdigen Zustand ertrugen sie nicht. Sie veranstalteten deshalb häufig Zusammenkünfte, erfüllten ihre Pflichten gegen das Reich nur lässig, reizten die Volksstimmung gegen die Kaiserin auf und trachteten endlich mit allen Mitteln danach, den Sohn dem Einfluss der Mutter zu entziehen und die Verwaltung des Reiches in ihre Hände zu bekommen. Die Kaiserin war der Regentschaft müde und mit ihrer Aufgabe überfordert. Der zeitgenössische Chronist Lampert von Heersfeld berichtet, die Kaiserin wollte ihrem Sohn wieder nachreisen, noch für das ihr zugefügte Unrecht nach dem Recht der Völker Rechenschaft fordern. Sie beschloss, sich auf ihre Privatgüter zurückzuziehen und künftig ihr Leben ohne politische Betätigung zu verbringen. Und nicht lange danach entschloss sie sich, der Welt zu entsagen, der Trübsale, der Zeitlichkeit überdrüssig und durch ihr persönliches Missgeschick belehrt, wie rasend schnell das Gras irdischen Ruhmes verdorrt, wenn ein Hauch Gottes hereinbläst. Und sie wäre sogleich Hals über Kopf zur Ausführung ihres Vorhabens geschritten, hätten nicht ihre Freunde den ungestümen Drang ihres Herzens durch überlegtere Pläne gedämpft. Warum waren die Verschwörer zu einer solch außergewöhnlichen Maßnahme genötigt und warum fügten sich Agnes und die anderen Fürsten scheinbar widerspruchslos diesem Gewaltakt? Die moderne Forschung gibt als möglichen Grund für diese Krise das sich verschlechternde Verhältnis der Regentschaft zum Reformpapsttum an. So gab es zum Beispiel massive Auseinandersetzungen zwischen den Erzbischöfen Anno von Köln und Siegfried von Mainz und Papst Nikolaus. Wer nach dem offiziellen Rückzug der Kaiserin Agnes aus dem politischen Leben 1062 darauf gehofft hatte, dass die Übernahme der Regentschaft durch Anno von Köln stabilere Verhältnisse schaffen würde, sah sich bald enttäuscht. Die nächsten Jahre bis zur Mündigkeit des Königs waren geprägt durch eine Fülle von Konflikten, die ihre Ursachen in Maßnahmen der neuen Regenten, ihrer Rivalität untereinander oder in ihrer fehlenden Autorität hatten. Schnell hatte sich nämlich ergeben, dass mehrere Erzbischöfe um den Einfluss auf den jungen König wetteiferten, sodass es Anno nicht gelang, sich als maßgeblicher Leiter der Regentschaft durchzusetzen. Auch diese Erfahrungen werden den heranwachsenden jungen König geprägt haben. Zum Jahre 1063 bietet Lampard von Hersfeld eine ausführliche Bewertung der Situation, wobei er für sein Urteil Ereignisse der Jahre 1063 bis 1065 nutzte. Die Erziehung des Königs und die gesamte Regierung lag in den Händen der Bischöfe und unter ihnen hatten die Erzbischöfe von Mainz und Köln überragenden Einfluss. Als dann von diesem Erzbischof Adelbert von Bremen an den Beratungen beteiligt wurde, hatte dieser den König durch häufige Unterredungen und auch durch Willfährigkeit und Liebedienerei bald so stark an sich gefesselt, dass dieser sich unter Hintansetzung der anderen Bischöfe ausschließlich an ihn hielt und dass er sich in der gemeinsamen Regierung fast die Alleinherrschaft anzueignen schien. Die zweite Rolle nach ihm spielte Graf Werner. Diese beiden herrschten anstelle des Königs, von ihnen wurden Bistümer und Abteien, von ihnen alles, was es an kirchlichen, was es an weltlichen Würden gibt, gekauft. Von Bischöfen allerdings und Herzögen hielten sie ihre Hände fern, doch mehr aus Furcht als aus Gewissensbissen. Gegen Abte dagegen, die sich gegen dieses Unrecht nicht wehren konnten, übten sie ihre Raubzüge mit völliger Hemmungslosigkeit. Zunächst verteilten sie die Klostergüter nach Belieben unter ihren Anhängern. Dann aber steigerte sich ihre Frechheit noch. Sie machten nun einen Angriff auf die Klöster selbst und teilten sie unter sich wie Provinzen, und der König stimmte mit kindlicher Bereitwilligkeit allem zu, was man verlangte. Heftig waren die Reaktionen in den Klöstern Dorsch und Korvai gegen Erzbischof Adelbert, dessen Abgesandte man in Lorsch mit Steinen und Ziegeln verjagte und wo anschließend die Vasallen des Klosters sich auf einen Kampf gegen die Angreifer vorbereiteten. Und auch in Niederallteich ließen die dort geführten Annalen kein gutes Haar an ihrem neuen Klosterherrn, dem Herzog Otto von Nordheim, dessen angebliche Missetaten gegen Heinrich IV. sie genüsslich ausbreiteten. Schonungslos berichtet auch der Geschichtsschreiber Bruno aus der Retrospektive über den angeblich verderblichen Einfluss, den Erzbischof Adelbert auf den jungen König ausübte. Als dieser Bischof, also den König, wie ein zügelloses Pferd auf der abschüssigen Bahn des Frevels dahinstürmen sah, suchte er sich, ihm zum vertrautesten Genossen zu machen, nicht um die aufgeschossenen Dornen des Lasters mit der Hand strenger Mahnung auszurotten und mit wahrhaft bischöflicher Predigt den Samen der Tugend zu sehen, sondern um den Keim des Lasters noch mit dem Tau des Schmeichels zu benetzen und Früchte der Tugend, so solche etwa hervortraten, durch die Bitterkeit böser Lehre absterbend zu machen. Es macht den Verfall der politischen Kultur in drastischer Weise deutlich, dass Bruno dieser Bewertung, Erzbischof Adelbertz, gleich drei Geschichten anfügt, in denen dieser als »ein von Stolz und Hochmut aufgeblasener Mann« diffamiert wird. Die Geschichten karikieren dessen anmaßende Überheblichkeit und heuchlerische Frömmigkeit in vernichtender Weise und geben gewissermaßen einen Vorgeschmack auf das, was später von Heinrich IV. selbst erzählt wurde. Ein Jahr nach Übernahme der Regentschaft durch die Bischöfe kam es am Weihnachts- und am Pfingstfest in Goslar zu Tumulten, in die der junge König direkt verwickelt war und die gleichfalls einen realistischen Eindruck von den Ausmaßen der Rivalität unter den führenden Kräften am Königshof vermitteln. Es ging um die Sitz- und Platzordnung, die immer zugleich auch die Rangordnung sichtbar machte und deshalb Anlass zu Auseinandersetzungen geben konnte. Unter anderem berichtet Lampard von Hersfeld, der König feierte Pfingsten in Goslar. Als sich hier der König und die Bischöfe zum Abendgottesdienst versammelten, kam es wegen der Aufstellung der bischöflichen Stühle wieder zu einem Tumult, nicht wie das vorige Mal durch einen zufälligen Zusammenstoß, sondern durch einen seit langem vorbereiteten Anschlag. Denn der Bischof von Hildesheim, der die damals erlittene Zurücksetzung nicht vergessen hatte, hatte den Grafen Egbert mit kampfbereiten Kriegern hinter dem Altar verborgen. Als diese nun den Lärm der sich streitenden Männer hörten, stürzen sie rascher vor, schlagen auf die Fulda teils mit Fäusten, teils mit Knütteln ein, werfen sie zu Boden und verjagen die über den unvermuteten Angriff wie vom Donner gerührten, mühelos aus der Kapelle der Kirche. Danach begann der Kampf jedoch erst richtig, denn die Fulda kehrten mit Waffen zurück und es entwickelte sich eine regelrechte Schlacht mit Toten und Verwundeten und mitten im Gemenge der junge König. Der Chronist weiter, der König erhob zwar währenddessen laut seine Stimme und beschwor die Leute unter Berufung auf die königliche Majestät, aber erschien tauben Ohren zu predigen. Auf die Mahnung seines Gefolges an die Sicherung seines Lebens zu denken und den Kampfplatz zu verlassen, bahnte er sich schließlich mit Mühe einen Weg durch die dicht zusammengeballte Menge und zog sich in die Pfalz zurück. Doch nicht nur Rangstreitigkeiten erschütterten den Herrschaftsverband, auch in konzeptionellen Fragen agierten die verschiedenen Regenten überaus widersprüchlich. Nicht zuletzt störten sie die Basis der Zusammenarbeit mit den römischen Reformern. Nachdem eine personell nicht zu bestimmende Gruppe von Ratgebern im Jahre 1061 in Basel durch die Bestellung des Kardalus von Parma zum Papst ein Schisma ausgelöst hatte, reiste im Jahre 1064 Erzbischof Anno zu einer Synode nach Mantua, auf der die Frage entschieden werden sollte, wer von den beiden Päpsten als rechtmäßiger anzuerkennen sei. Allem Anschein nach stellte Anno sich entschieden auf die Seite des in Rom erhobenen Alexander II., der auf dieser Synode sogar den Vorsitz übernahm, während Honorius II. ihr fern blieb. Trotz tumultuarischer Proteste der Anhänger des Honorius wurde Alexander von der Synode als rechtmäßiger Papst anerkannt. Der Regent Anno war mit diesem Ergebnis offensichtlich zufrieden. Er hatte damit die entgegengesetzte Position in der Papstfrage eingenommen, wie seine Vorgänger im Jahre 1061. Ein reger Briefwechsel zwischen der Partei Alexanders und Anno nach dieser Entscheidung macht deutlich, dass man in Rom daraufhin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem jungen König bereit war. Man wollte ihn in Rom baldmöglichst zum Kaiser krönen. Doch ehe die von Alexander ausgesprochene Einladung zur Kaiserkrönung im Jahre 1065 realisiert werden konnte, hatte sich die Verteilung der Gewichte im Rat des Königs bereits wieder so sehr verändert. Nun war nämlich Erzbischof Adelbert von Hamburg-Bremen der engste und eigentlich auch der einzige Ratgeber Heinrichs, dass man den bereits geplanten Rom-Zug vertragte. Angeblich geschah dies fünf Tage vor dem beabsichtigten Aufbruch und es geschah unter dubiosen Verhältnissen. Eine Verschiebung auf lange Zeit, wie sich zeigen sollte. Denn es dauerte noch fast 20 Jahre, bis Heinrich IV. schließlich nach zweimaliger Bannung zum Kaiser gekrönt wurde und das auch noch von einem Gegenpapst. Im Jahr 1065 wurde Heinrich IV. mündig und damit begann die Zeit, in der er eigenverantwortliche Entscheidungen zu fällen in der Lage war. Man zelebrierte diesen Übergang zur selbstständigen Regierung nach Ostern mit der sogenannten Schwertleiter. Heinrich wurden in einer feierlichen Zeremonie Waffen und Rittergürtel übergeben, gewiß verbunden mit Gebeten und Mahnungen, diese angemessen, das heißt zum Schutz der Armen und Schwachen und nicht zuletzt der Kirche zu gebrauchen. Mit einiger Sicherheit wohnten diesem Akt in Worms nicht nur Heinrichs Mutter Agnes, sondern auch die Erzbischöfe Anno von Köln, Adelbert von Hamburg, Bremen und Eberhard von Trier sowie eine Reihe weltlicher Fürsten bei. Die Spannung der letzten Jahre entlud sich, wenn man der Beschreibung Lamperts trauen darf, in einer spontanen Handlung des jungen Königs. Und er hätte sogleich die erste Probe mit der eben angelegten Rüstung gegen den Erzbischof von Köln abgelegt und wäre Hals über Kopf ausgezogen, um ihn mit Feuer und schwer zu bekämpfen, hätte nicht die Kaiserin noch zur rechten Zeit durch ihren Rat den drohenden Sturm beschwichtigt. Lambert bringt diese Reaktion des jungen Heinrich in ausdrücklichen Zusammenhang mit seiner Entführung durch Anno in Kaisers Wert. Damit war klar, dass die Tage des Kölner Erzbischofs als einflussreicher Ratgeber Heinrichs gezählt waren. Heinrichs Mutter Agnes zog sich noch im gleichen Jahr nach Rom zurück und der nun eigentlich eigenverantwortliche König geriet vollständig unter den Einfluss von Erzbischof Adelbert. Die Art und Weise, wie dieser Erzbischof seine Vertrautheit mit dem König dazu nutzte, Heinrich von allen anderen Einflüssen fernzuhalten, hat schnell energischen Widerstand der so ausgegrenzten anderen Großen provoziert. Obgleich die Alleinherrschaft des Erzbischofs nur wenig länger als ein Jahr gedauert haben durfte, ist die Empörung über sein Verhalten überwältigend. Lampard berichtet, »Ich gestehe, dass ich alle diese Vorgänge nur mit Schaudern erzähle.« Er verachtete das allgemeine Gerede, kümmerte sich auch nicht um seine eigenen Angelegenheiten, sondern bemühte sich verbissen ausschließlich um den Hof und jagte hinter dem Ruhme her. Er selbst hat als Grund für sein Streben nach der Leitung der Reichsgeschäfte angegeben, er habe es nicht mit ansehen können, dass die Leute seinen Herrn und König wie einen Gefangenen umherzerrten. Und schon stand er auf der obersten Rangstufe, schon hatte er seine Mitbewerber beiseite gedrängt und saß allein im beherrschenden Kapitol, freilich nicht unangefeindet, aber das ist ja immer eine Folge des Ruhms. Nun jedoch wollte unser Erzbischof in seiner hohen Stellung die goldene Zeit erneuern und soll vorgehabt haben, aus dem Reiche Gottes alle auszutilgen, die gegen das Recht verstießen, vor allem aber ihre Hände gegen den König erhoben oder die offensichtlich Kirchen ausgeraubt hatten. Darum versammelten sich alle zu Tribur, wo der König weilte, und vertrieben unseren Erzbischof als Gaukler und Verführer vom Hof. So sehr waren seine Hände gegen alle und die Hände aller gegen ihn, dass die Auseinandersetzung schließlich mit Blutvergießen endete. Gezeichnet wird ein Bild einer Königsherrschaft, die eigentlich keine mehr ist, weil sie elementaren Anforderungen und Erwartungen nicht gerecht wird. Zur Königsherrschaft gehörte Repräsentation, mit der sich der Herrschaftsverband in vertrauensstiftenden Interaktionen über den guten Zustand der Beziehungen vergewisserte und immer wieder Konsens über die zukünftige Politik herstellte. Dieses Recht auf Partizipation an vertraulichen wie an öffentlichen Akten konnte man nicht zugunsten der Bevorzugung eines einzelnen Ratgebers verletzen, ohne heftige Gegenwehr auszulösen. Heinrich IV. tangierte mit dieser Praxis in der Tat grundfesten mittelalterlichen Herrschaftsverständnisses, wie es sich seit dem 9. Jahrhundert entwickelt hatte. Diese Verweigerung der Beratung mit allen Großen, die Anspruch auf eine Beteiligung an den Verfahren der Willensbildung erhoben, war und blieb aber geradezu ein Signum von Heinrichs Herrschaftsverständnis und war die Hauptursache vieler folgender Konflikte. Lampert berichtet weiter, offensichtlich waren die übrigen Reichsfürsten nicht gewillt, diese Verletzung ihres Rechts weiterhin zu dulden. Die Erzbischöfe von Mainz und Köln hielten mit den übrigen Fürsten, denen das Wohl des Reiches am Herzen lag, häufige Versammlungen ab und forderten alle auf, gemeinsam zu überlegen, was zu tun sei. Als dann die Verschwörung zur Reife gediehen war, sagten sie allen Fürsten einen Hoftag zu Tribur an. Hier sollten alle den Bremer Erzbischof, den gemeinsamen Feind aller, gemeinsam bekämpfen und dem König ankündigen, dass er entweder abdanken oder seine vertraute Freundschaft mit dem Bremer Erzbischof aufgeben müsse. Der heranwachsende Herrscher wurde von einer Atmosphäre geprägt, die später mit so drastischen Urteilen wie »bei Hof, bei Höll« belegt worden ist. Zu keiner Zeit hat sich um Heinrich IV. eine Regentschaft etabliert, deren Politik auf einem breiteren Konsens der wichtigen Kräfte des Herrschaftsverbandes beruhte. Das Gegenteil war der Fall. Man arbeitete weit mehr gegeneinander als auf ein gemeinsames Ziel hin. Allenfalls war den Ratgebern das Ziel gemeinsam möglichst viel für sich selbst oder die eigene Institution herauszuschlagen. Und auch wenn nicht im Einzelnen zu erkennen ist, wie der heranwachsende König in diese Machtkämpfe hineingezogen wurde, es kann kaum zweifelhaft sein, dass ihn diese dauerhafte Situation der Animositäten und des massiven Gegeneinanders prägen musste. Im Jahr 1066 erkrankte der junge König so schwer, dass sie nicht nur seine Ärzte aufgaben, sondern einige Fürsten in der Art lechzender Raben bereits nach dem Throne schielten. Heinrich überstand diese Krankheit jedoch relativ schnell und heiratete schon kurz nach seiner Genesung Bertha, jene Tochter aus dem Hause der Markgrafen von Turin, die mit ihm seit Kindertagen verlobt und seit dieser Zeit am Königlichen Hof erzogen worden war. Es ist strittig, ob sich in dieser Entscheidung die eigenständige Handschrift Heinrichs zeigt, oder ob ihm diese Ehe durch den Rat der Fürsten nahegelegt oder sogar aufgezwungen worden ist. Gestützt wird eine solche Behauptung durch die Tatsache, dass Heinrich schon nach dreijähriger Ehe den Versuch unternahm, sich von Bertha zu trennen. Dieser überraschende Versuch wäre immerhin besser verständlich, wenn er sich bei der Eheschließung dem Druck der Fürsten gebeugt hätte. Die Beziehung zu Papst Alexander II. war durch Heinrichs Nichtbeteiligung an einem Feldzug gegen die Normanen mehr als belastet, als der König kurze Zeit später indirekt erneut die päpstliche Autorität herausforderte. Heinrich IV. eröffnete auf einem Huftacken Worms im Jahre 1069 den überraschten und konsternierten Fürsten, er wolle sich von seiner Gemahlin trennen. Als Grund nannte er weder eines der üblichen Ehehindernisse, wie etwa eine zu nahe Verwandtschaft mit seiner Gattin, noch machte er eine Verfehlung ihrerseits, wie etwa einen Ehebruch namhaft, was ebenfalls eine Auflösung der Ehe hätte rechtfertigen können. Heinrich betonte ganz einfach seine Unfähigkeit mit Bertha weiterhin in ehelicher Gemeinschaft zu leben und brachte zum Beweis für diese Unfähigkeit das Argument vor, die Ehegatten hätten ihre Ehe noch gar Anwesenden habe auch Bertha diesen Tatbestand eingeräumt, schrieb Erzbischof Siegfried an Papst Alexander II. und bat gleichzeitig um geistlichen Beistand in dieser Angelegenheit, die so ungewohnt und unerhört war, dass sich die anwesenden Bischöfe nicht zu einer sofortigen Entscheidung durchringen konnten. Im Herbst des Jahres 1069 kam es dann zu einer erneuten Verhandlung über die Ehe des Königs auf einer Synode in Frankfurt. Der Brief mit der Bitte um Unterstützung, den Erzbischof Siegfried an den Papst gesandt hatte, war erfolgreich gewesen, denn Papst Alexander hatte keinen geringeren als den Greisen Kardinalbischof Petrus Damiani als Legaten geschickt, dessen Erscheinen von den Synodalen mit Überraschung und mit Respekt aufgenommen wurde. Dieser las Heinrich IV. dann in einer Weise die Leviten, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Petrus machte den König darauf aufmerksam, welch ein Frevel es bedeute, wenn derjenige, der Rächer von Verbrechen sein solle, selbst Urheber und Anführer dieser Verbrechen sei. Und er ließ keinen Zweifel daran, dass der Papst dem Vorhaben mit allen Mitteln des Kirchenrechts entgegentreten und überdies denjenigen, der so etwas täte, niemals zum Kaiser solchen Eindruck, dass sie nun ihrerseits den König bestürmten, die Hoheit seines Namens nicht mit einer solchen Tat zu beflecken. Dem König blieb angesichts dieser einhelligen Meinung nichts anderes übrig, als klein beizugeben. Die Wellen der Aufregung über die schwer verständlichen Handlungsweisen des Königs dürften kaum abgeebbt gewesen sein, als vielleicht bereits im Vorjahr gehabt hatte. Seine Dimension war nun jedoch so gewaltig, dass sich zwei politische Lager bildeten, die auch in späteren Konflikten wieder aufeinander stießen. Plötzlich wurde nämlich dem Bayernherzog Otto von Nordheim der Vorwurf gemacht, er habe den König heimtückisch ermorden lassen wollen. Dieser Vorwurf traf einen mächtigen Mann, der zwar 1062 an der Entführung Heinrichs IV. in Kaiserswert und auch 1066 am Sturz Erzbischof Adelberts maßgeblich beteiligt gewesen war, der aber gerade in den letzten Jahren durchaus eng mit dem König zusammengearbeitet hatte. Mehrere Quellen nennen übereinstimmend einen übel beleumdeten Adligen namens Egino als von Herzog Otto von Nordheim gedungenen potenziellen Meuchelmörder. Lampert von Heersfeld hält das Ganze dagegen für eine Intrige zum Sturz des Herzogs. Zu diesem Zweck sei sie von gewissen Höflingen inszeniert worden, die Herzog Otto um seinen Ruhm und seinen Einfluss beneideten. Heinrich IV. ist aus dieser Sicht selbst Opfer der Intrige, da sich nach Bekanntwerden der Beschuldigung viele intensiv bemühten, den Zorn des Königs gegen den mächtigen Herzog zu entfachen. Erheblich weiter geht in seinem Urteil dagegen Bruno im Buch vom Sachsenkrieg, in dem er unumwunden den König als den eigentlichen Urheber des Ganzen namhaft macht. Heinrich selbst habe Egino durch Geld und Versprechungen dazu gebracht, den Mordvorwurf zu erheben und sich als Zweikämpfer anzubieten. Für den kämpferischen Sachsen Bruno war klar, dass Heinrich IV. auf diese Weise seinen Angriff gegen die Sachsen einleitete, indem er einen ihrer mächtigsten potenziellen Bundesgenossen aus dem Weg zu räumen versuchte. Man kann eine Menge an Plausibilitätserwägungen anstellen, die der einen oder anderen Version mehr Glaubwürdigkeit zuschreiben. Was sollte Otto von Nordheim sich von der Ermordung des Königs versprochen haben? Warum sollten andererseits Heinrich IV. oder seine Vertrauten auf solch eine dubiose Geschichte verfallen sein? Genauso interessant wie die Wahrheit der Geschichte ist aber die Wirkung, die sie auf das Verhältnis namentlich der Sachsen zu Heinrich IV. entfaltete, als dieser nun begann, die Sache zu verfolgen und Kapital daraus zu schlagen. Er in Mainz mit der Anschuldigung. Als dieser Auge in Auge mit Egino, der seine Aussage wiederholte, leugnete, setzte er ihm auf den 1. August einen neuen Termin in Goslar, auf dem die Sache, wie von Egino angeboten, in einem Zweikampf entschieden werden sollte. In der Zwischenzeit fanden wie üblich Kontakte zwischen allen politisch relevanten Kräften statt, und unter den Fürsten bildete sich wenn ein Hochadliger von untadeligem Ruf mit einem Straßenräuber einen Zweikampf austrage. Damit stellt sich die Frage, welche anderen Optionen es zur Lösung dieser Probleme gegeben hätte und was es bedeutet, dass Heinrich IV. hartnäckig auf dem Zweikampf bestand. Dass die Herzog Otto nahestehenden an eine andere Lösung des Problems als einen Zweikampf dachten, zeigte sich deutlich, als Otto sich zu dem gesetzten Termin vor Goslar einfand. Er versuchte nämlich, durch Boten mit Heinrich zu verhandeln. Dabei bot er an, nach Goslar zu kommen, um sich auf jede Weise, die die Fürsten für richtig hielten, von den Vorwürfen zu reinigen. Dieses Angebot beinhaltet wohl den Versuch, Heinrichs Entscheidung für einen Zweikampf durch eine Entscheidung der Fürsten korrigieren zu lassen. Denkbar wäre gewiss auch ein Reinigungseid Herzog Ottos gewesen. Heinrich IV. lehnte jedwede Modifikation der Bedingungen jedoch kategorisch ab, woraufhin sich Otto nicht stellte, sondern auf seine Güter zurückzog. Der König forderte daraufhin von den sächsischen Fürsten ein Urteil, und diese erklärten Otto zum Majestätsverbrecher, entsetzten ihn des Herzogtums Bayern und erklärten ihn für friedlos. Bald begannen beide Seiten mit Versuchen, die andere Seite durch Gewalt zum Einlenken zu bewegen. Hierbei zeigte sich schnell, dass der ehemalige Herzog Otto in Sachsen noch immer über so viele Anhänger verfügte, dass er den König und seinen Besitzungen erheblichen Schaden zufügen konnte. Der König hatte mit seinem rigorosen Vorgehen gegen Herzog Otto den Herrschaftsverband offensichtlich gespalten. Es gab Große, die Otto aufgrund des königlichen Vorgehens sofort fallen ließen. Andere verbanden sich hingegen fest mit Otto und unterstützten ihn in seinen Aktionen gegen den König. Beigelegt hat man den Konflikt jedenfalls eher nach den gütlichen Mustern der Streitbeendigung. Nachdem eine militärische Entscheidung angesichts der Stärke beider Seiten nicht zu erreichen war, hatten mehrere Vermittler sich um die Herstellung von Friedensbedingungen bemüht, die für beide Seiten akzeptabel So war es üblich, wenn Hochadlige in Konflikte mit dem König gerieten. Adalbert hatte König Heinrich schließlich sogar in einer öffentlichen Predigt an seiner Verpflichtung zur Milde erinnert. Der junge König scheint in den ersten Jahren seiner selbstständigen Regierung keineswegs einen Herrschaftsstil gefunden zu haben, der allgemein konsensfähig gewesen wäre. So spricht einiges dafür, dass die Rang- und Kompetenzstreitigkeit seiner Ratgeber während seiner Minderjährigkeit dem König jedes Zutrauen in die Leistungskraft konsensualer Herrschaft ausgetrieben und ihn dazu veranlasst haben, diejenigen bewusst von seinen Entscheidungen auszuschließen, die einen Anspruch auf Beteiligung erhoben. Damit aber legte er die Axt an die Wurzel der etablierten Herrschaftspraxis. Heinrich hatte den größten Teil seiner Kindheit und seiner frühen Regierungsjahre in Sachsen zugebracht. Diesem Land galten auch einige seiner herrschaftlichen Aktivitäten, die sich als besonders ungewohnt und konfliktträchtig erwiesen. So ist es kaum zufällig, dass der erste große Konflikt in seiner Zeit in Sachsen entstand, als der sächsische Adel, einige sächsische Bischöfe und das sächsische Volk sich gegen Heinrich erhoben, um den Herrscher zu wesentlichen Veränderungen seiner Politik zu zwingen. Zum Verständnis dieses Konfliktes ist es vorweg wichtig zu berücksichtigen, dass die sächsische Seite zwei herausragende Chronisten gefunden hat, die in außergewöhnlicher Detailliertheit über die Einzelheiten der Auseinandersetzung berichten, Bruno und Lampert. Diese an sich höchst erwünschte Ausgangslage wird dadurch zum Problem, dass beide Autoren jeweils beträchtliche argumentative Mühe aufwenden, um Handlungen und Motive des Königs vollständig ins Unrecht zu setzen. Auf Seiten Heinrichs gibt es dagegen nichts Vergleichbares. Wir hören zu den Sachsenkriegen ganz vorrangig die Meinung der Gegner Heinrichs. Die Glaubwürdigkeit beider Autoren ist daher seit Langem das Problem. Im Verlauf der Sachsenkriege wurden permanent Versuche einer gütlichen Beilegung der Streitigkeiten unternommen. Bei diesen Versuchen sollen die Sachsen häufig gefordert haben, man müsse die gesamte Lebens- und Amtsführung des Königs einer Untersuchung unterziehen. Sie taten dies offensichtlich in der Gewissheit genügend glaubwürdiges Material gegen den König in der Hand zu haben, aus dem seine Unfähigkeit und Unwürdigkeit weiter die Königswürde zu begleiten hervorgehen würde. Es hat also allem Anschein nach Beweise auf Seiten der Sachsen gegeben, die sich erfolgreich gegen Heinrich IV. verwenden ließen. Insgesamt waren diese Vorwürfe gewiss ein wichtiger Bestandteil der politischen Realitäten. Anlass für den Ausbruch des Konflikts war ein Hoftag im Juni 1073. zu dem Heinrich nach Goslar eingeladen hatte. Die sächsischen Großen wollten diesen Hoftag nutzen, um dem König ihre Beschwerden über sein bisheriges Verhalten vorzutragen und eine Änderung in ihrem Sinne zu erzwingen. Dieses Vorhaben misslang. Bruno stellt die Ereignisse so dar. Die erste Ursache des Krieges, der Anfang aller folgenden Übel war, dass die versammelten Bischöfe, Herzöge, Grafen und die übrigen Fürsten am frühen Morgen vor der Pfalz vergeblich auf den König warteten, dass er zu ihnen herauskäme oder sie zu sich hineinriefe. Denn er hatte die Türen seiner Kammer verschlossen und trieb innen mit seinen Schranzen Würfelspiel und andere unnütze Dinge unbekümmert darum, dass er so viele bedeutende Männer vor seiner Tür warten ließ, als seien sie die niedrigsten Knechte. So verging der ganze Tag, ohne dass er selbst oder ein Bote, der die Wahrheit berichtet hätte, herauskam. Als es schon Nacht geworden war, kam einer von seinen Höflingen heraus und fragte die Fürsten höhnisch, wie lange sie dort noch warten wollten, da der König schon zu einer anderen Tür hinaus gegangen sei und in schnellem Ritt zu seiner Burg eile. Da gerieten alle über die schmähliche und hochmütige Behandlung seitens des Königs derart in Erregung, dass sie ihm noch in dieser Stunde alle zugleich und ohne jede Scheu offen die Treue aufgesagt haben würden, wenn nicht Magraf Dedy dank seiner Klugheit ihren Zorn besänftigt hätte. Es mag zugespitzt und übertrieben sein, erfunden hat Bruno diese Situation aber nicht, denn auch die neutraleren Alteicher Annalen erzählen, die sächsischen Großen seien kaum zum König vorgelassen worden. Man habe sie zudem ohne Ehre und eine zufriedenstellende Antwort wieder entlassen. Der König verweigere jede Beratung anstehender Probleme, so hören wir es von gegnerischen Stimmen immer wieder. Es fragt sich andererseits jedoch, ob es üblich und erlaubt war, sich auf die geschilderte Weise den Zugang zum König zu erzwingen und sich eigenmächtig in Fragen gehört zu verschaffen, die man mit dem König beraten wollte. Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn die Entscheidung, wann und über was beraten wurde, stand eigentlich nur dem König zu. In der Darstellung Bruns warteten die sächsischen Repräsentanten ja auch geduldig den ganzen Tag und versuchten keinesfalls den Zugang zu erzwingen. Dieser Nötigung aber hat er sich verweigert. Folgerichtig brachte die Verhöhnung durch einen der Höflinge dann das Fass zum Überlaufen. Dies aber war nur der Anlass nicht die Ursache des folgenden Konflikts. Die desavouierten sächsischen Großen fühlten sich so sehr im Recht und so sehr beleidigt, dass sie sich noch in derselben Nacht in einer Kirche trafen und dort eine Schwureinung mit dem Ziel eingingen, lieber den Tod zu erleiden, als ein solches Leben in Schmach und Schande zu führen. Sie taten aber nicht nur dies, sie riefen auch einen Stammestag nach Höthens Leben ein, in der Absicht alle Sachsen davon zu überzeugen, dass gegen Heinrichs Herrschaft nun Widerstand geleistet werden müsse. Kernpunkt des Vorwurfs ist der Burgenbau Heinrichs in Sachsen und die damit einhergehenden oder unterstellten Beeinträchtigungen sächsischer Freiheiten. In der Forschung hat man lange Zeit die Rechtmäßigkeit dieses Burgenbaus betont. Heinrich habe die Burgen angelegt, um auf diese Weise die Wiedererlangung entfremdeten Reichsguts in die Wege zu leiten und zu sichern. Im Zuge des Übergangs von den Otonen zu den Reichsgut unrechtmäßig in sächsische Hände gelangt. In der Zeit der Regentschaft sei weiteres verschenkt oder entfremdet worden. Der König habe diesen Prozessen mit seiner Revindikations Politik gegenzusteuern versucht. Erstmals erwähnt wird dieser Burgenbau zum Jahre 1067. Er soll dem König schon von Erzbischof Adalbert angeraten und vom Baumeister Bischof Benno von Osnabrück geleitet worden sein. Was also die Sachsen als Verletzung ihrer Rechte und in zugespitzter Polemik als den Versuch der Verknechtung ganz Sachsens deklarierten, soll in Wirklichkeit die Wiederherstellung alter Königsrechte gewesen sein. Untersuchungen haben aber deutlich gemacht, dass Verluste von Königsgut im fraglichen Raum kaum in größerem Umfang nachzuweisen sind. Und selbst wenn es in den Zeiten der Regentschaften in größerem Umfang zu Schenkungen gekommen sein sollte, war es dann erlaubt, diese Vergabungen gegen den Willen ihrer neuen Besitzer wieder einzuziehen? Wohl kaum. Auf dem Stammestag zu Hüttens Leben setzte sich die Argumentation Ottos von Nordheim durch, unterstützt von einer Reihe weiterer Klagen gegen Heinrich, die vornehme Sachsen aus persönlicher Erfahrung vortrugen. Die bereits existente Schwureinung gegen den König verbreitete sich zu einer Bewegung, die alle Versammelten umfasste. Dieses Heer wurde schon bald aktiv und erschien für den König völlig überraschend drohend vor der Harzburg, in der sich Heinrich aufhielt. In den notgedrungen eingeleiteten Verhandlungen artikulierten die Sachsen noch einmal, was sie an der Amtsführung des Königs auszusetzen hätten und in welchen Punkten sie auf einer Änderung bestünden. Andernfalls würden sie gegen ihn einen gerechten Krieg führen. Sie hatten durch ihre drohende Haltung nun endlich erreicht, dass der König und seine Helfer sich auf ihre Beschwerden einlassen mussten. Lampard berichtet von den Forderungen der Sachsen. Sie verlangten, dass ihnen die Teilnahme an dem vom König geplanten Feldzug gegen Polen erlassen würde. Außerdem verlangten sie, er solle die Burgen niederlegen lassen, die er überall auf Bergen und Hügeln zur Vernichtung Sachsens erbaut hatte. Er solle ferner den sächsischen Fürsten, deren Güter er ohne gerichtliche Untersuchung eingezogen hatte, aufgrund eines Urteilspruchs ihres Fürsten Gerichts Genugtuung leisten. Er solle Sachsen, wo er schon seit seiner Kindheit residiere und in Müßiggang und Faulheit schon nahezu völliger Schlaft sei, zeitweise verlassen und auch einmal andere Teile seines Reiches aufsuchen. Er solle das Gesindel, durch dessen Ratschläge er sich und das Land zugrunde gerichtet habe, vom Hofer jagen und die Verwaltung der Reichsgeschäfte den auch den Schwarm der Konkubinen verabschieden, denen er gegen die kanonischen Bestimmungen beiwohnte, ohne vor Scham zu erröten, und die Königin, die er sich nach den Satzungen der Kirche zur Genossin des Ehebettes und Mitinhaberin des Thrones erwählt habe, als seine Gemahlin behandeln und lieben. Er solle den sonstigen ruchlosen Schändlichkeiten, durch die er als junger Mann die königliche Würde entehrt habe, wenigstens jetzt, bei reiferem Verstand und Alter entsagen. Zuletzt baten sie ihn bei Gott, sie nicht zu einem folgenschweren und ungewöhnlichen Vorgehen zu zwingen, sondern ihren berechtigten Forderungen stattzugeben. Zwar steht die Forderung nach Beseitigung der Burgen immer noch an prominenter Stelle dieses Katalogs, sie ist nun aber flankiert von Forderungen teils politischer, teils moralischer Art, die einen tiefen Einblick in die sächsische Auffassung vom Königtum Heinrichs des Vierten erlauben. Bemerkenswert ist gewiss die Entschiedenheit, mit der die Beratungspraxis des Königs verurteilt wird. Genauso entschieden klingen aber die moralischen Vorwürfe, die Heinrich hinsichtlich seiner Lebensführung gemacht werden. Diese Art Vorwürfe gegen Heinrich den Vierten blieb ein Dauerthema während seiner Herrschaft. Das Ergebnis der Überlegungen Heinrichs war seine heimliche Flucht aus der Herzburg, die er mit wenigen Begleitern unternahm. Drei Tage lang irrten sie durch die dichten Wälder, ehe sie in Eschwege und Heersfeld wieder bekanntes Terrain erreichten und auf die Kontingente der Reichsfürsten stießen, die sich verabredungsgemäß zum geplanten Polenfeldzug eingefunden hatten. Heinrich sei dort den Fürsten zu Füßen gefallen und habe Klage geführt über das Verbrechen der Majestätsbeleidigung, das nicht ihn allein betreffe, sondern eine öffentliche Beschimpfung all derer sei, die ihn zum König gewählt hätten. In der Tat gab es einige Fürsten, die bereit waren, ihre Krieger nun gleich gegen die Sachsen zu führen, um die Beleidigung des Königs zu rächen, doch entschied die Mehrheit offensichtlich behutsamer. Heinrich erreichte keine direkte Vergeltungsaktion, sondern nur die Bereitschaft, sich im Oktober erneut zu einem Feldzug gegen die Sachsen einzufinden. Bis dahin blieb einige Zeit für Vermittlungsbemühungen. Die Sachsen selbst nutzten diese Zeit zum einen zu einem Bündnis mit den Thüringern, zum anderen begannen sie erfolgreich, die verhassten Burgen zu belagern und zu erobern. Heinrich der Vierte trug der misslichen Lage seiner Burgbesatzungen in Sachsen insofern Rechnung, als er die Erzbischöf von Mainz und Köln beauftragte, in Verhandlungen einen Ausgleich mit den Sachsen zu suchen. Siegfried von Mainz verhandelte am 24. August mit den Sachsen in Korwei und der Ausgang dieser Verhandlungen war einigermaßen überraschend. Diese Sachsen brachten außer den allgemein bekannten Rechtswidrigkeiten, durch die der König ihnen großen Schaden zugefügt hatte, noch wichtige Gesichtspunkte vor zum Beweis dafür, dass er ohne schwere Schädigung des christlichen Glaubens nicht länger regieren könne. Habe er doch gegen seine vertrautesten Freunde, gegen seine Gemahlin, gegen seine eigene Schwester, die Äbtissin von Quedlinburg und gegen andere ihm durch Verwandtschaft aufs engste verbundene Personen derartige Schandtaten begangen, dass in einem Gerichtsverfahren nach dem Kirchenrecht ein Urteil auf Ehescheidung, Entzug des Rittergürtels, völligen Ausschluss vom weltlichen Leben und erst Recht von der Regierung ergehen müßte. Nach langen Debatten kam schließlich der Beschluss zustande, dass zwölf Bürken aus ihrem Stamm und zwölf von Seiten des Königs gestellt werden sollten, die ihnen sicheres Geleit zu einer Verhandlung mit den übrigen Reichsfürsten gewährleisteten, damit die gegen den König erhobenen Beschuldigungen von diesen untersucht und nach ihrem Urteil darüber entschieden würde, und zwar, wenn es ihnen förderlich erscheine, in Gegenwart des Königs, der dann, wenn er dazu imstande sei, die Anklagen widerlegen könne. Als Termin wurde der 20. Oktober und als Ort der Untersuchung Gerstungen im thüringisch-hessischen Grenzgebiet bestimmt. Die sächsischen Unterhändler kamen im Schutze einer großen Zahl von Kriegern, während die Vertreter Heinrichs IV., der selbst nicht anwesend war, sondern in Würzburg, den Ausgang der Verhandlungen abwartete, eine hochkarätige Delegation darstellten. Dass in dieser Krisensituation die ranghöchsten Reichsfürsten die Initiative übernommen und ihr Gewicht in die Waagschale geworfen haben, steht außer Frage. Die nächsten Monate sahen eine Fülle verdeckter Bemühungen einerseits, den König dazu zu bewegen, in den Frieden einzuwilligen und Versuche des Königs andererseits, doch noch ein Heer gegen die Sachsen zusammenzubringen und den Konflikt militärisch zu entscheiden. So kam es schließlich dazu, dass sich Truppen Heinrichs IV. und der Sachsen im bitterkalten Winter 1074 feindlich gegenüberstanden. Doch zwangen nun die Fürsten in seinem Heer Heinrich IV. dazu, in einen friedlichen Ausgleich Einzuwilligen, in dem die wesentlichen sächsischen Forderungen erfüllt wurden. Deshalb mußte der König auf Geheiß seiner Fürsten zu den Sachsen schicken und ihnen versprechen, alles zu tun, was sie ihm vorschreiben würden, wenn sie ihm nur die vom Vater vererbte Würde nicht versagen wollten. Darauf überredeten Herzog Otto und andere, denen große Versprechungen gemacht worden waren, die übrigen, den König unter folgenden Bedingungen wieder anzuerkennen. Er müsse seine Burgen zerstören, und dürfe sie nie wieder herstellen. Er dürfe ihr Land nicht mehr plündern und müsse in Sachsen alle Anordnungen nach dem Rat der Sachsen treffen. Er dürfe keinen Mann aus fremdem Stamm als Berater bei ihren Angelegenheiten hinzuziehen und sich niemals an einem von ihnen wegen seiner Vertreibung rächen. Heinrich willigte in diesen Frieden ein, der nichts anderes als einen vollständigen Verzicht auf seine bisherigen Positionen und eine totale Niederlage bedeutete. Damit war ein ziemlich eindeutiges Urteil über die bisherige Politik des Königs gefällt. Ohne dass es zu einer Schlacht gekommen wäre, hatten die Regeln gütlicher Konfliktbeilegung gegriffen, die Fürsten hatten als Vermittler die Verantwortung für den Frieden übernommen und die sächsischen Forderungen als gerechtfertigt anerkannt. Das Ende der Sachsenkriege im Herbst 1075 ist geeignet, auf das Verhältnis Heinrichs des Vierten zum Papsttum allgemein und zu Papst Gregor dem Siebenten im Besonderen zu sprechen zu kommen, denn fast zeitgleich damit begann die Eskalation des Konflikts zwischen höchster geistlicher und höchster weltlicher Gewalt. Es besteht kaum ein Zweifel darüber, dass Heinrich zum Ende des Jahres 1075 den Rücken frei glaubte, sich nun mit dem Papsttum auseinanderzusetzen und eine Konfrontation einzugehen, die er bis dahin im Wesentlichen vermieden hatte. Ob Gregor der Siebente im April 1073 am Tage nach seiner von Tumulten begleiteten Wahl König Heinrich den Vierten eine Wahlanzeige schickte, die aber keineswegs eine Bitte um Bestätigung oder Anerkennung dieser Wahl zum Inhalt hatte, ist in der Forschung umstritten. Heinrich hat gegen diese Art der Papstwahl jedenfalls nicht protestiert. Mit Hildebrandt, der den Papstnamen Gregor annahm, bestieg kein Unbekannter den Stuhl Petri, sondern vielmehr derjenige, der bereits in den Jahren zuvor die päpstliche Politik maßgeblich mitbestimmt hatte und wohl zu Recht als die graue Eminenz in Rom bezeichnet wurde. So hat er das Verhältnis der Reformkirche zur Anwendung von Waffengewalt deutlich verändert. Der Aufbau einer Militia St. Petri zu Diensten des Papsttums gehörte zu den Neuerungen, die er mit Energie betrieb. Wir sind über seine politischen Aktivitäten nicht zuletzt deshalb gut informiert, weil Gregor seine umfangreiche Korrespondenz mit nahezu allen relevanten kirchlichen und weltlichen Kräften in Europa in einem Register dokumentieren ließ, das einen Schlüssel zum Selbstverständnis und zu den vielfältigen Aktivitäten dieses Papstes bietet. In dem Register findet sich auch ein Schriftstück, das eine komprimierte Aufstellung päpstlicher Vorrechte und Ansprüche in Form von 27 Leitsätzen enthält, die im März 1075 in dieses Register eingetragen wurden. Jeder dieser Sätze enthielt Konfliktpotenzial mit den Königen von Gottes Gnaden und ihrem Selbstverständnis, wie es sich im otonisch-saalischen Reichskirchensystem herausgebildet hatte. Neben der Begründung einer päpstlichen Suprematie innerhalb der Kirche, die massiv Rechte und Selbstverständnis der Bischöfe tangierte, sind die Ehrenvorrechte und Herrschaftsrechte des Papstes gegenüber der weltlichen Gewalt in einer Weise akzentuiert, die nicht der bis dahin etablierten Praxis entsprach. Zunächst sah es jedoch gar nicht nach einem Konflikt aus. Nur wenige Monate nach Gregors Amtsantritt erreichte ein Brief Heinrichs des Vierten den Papst, der in Rom einiges Aufsehen erregte. Seine Aussagen passen so wenig zu Heinrichs folgender Politik, dass er als Schlüsselzeugnis für die taktischen Manöver, zu denen dieser König in Notlagen fähig war, Verwendung finden könnte. Es steht mit anderen Worten zur Frage, ob Heinrich der Vierte in diesem Brief seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und vor allem zu einer Veränderung seines Verhaltens vorgetäuscht hat, zu der er gar nicht wirklich bereit war. Geschrieben worden ist der Brief wohl im August 1073 und das heißt in der Zeit, als Heinrich sich darauf einstellen musste, dass die Sachsen seiner Herrschaft bewaffnet Widerstand leisten würden und vielleicht auch absehbar wurde, dass seine Sache bei den Reichsfürsten keine uneingeschränkte Unterstützung erwarten konnte. In seinem Schreiben hatte Heinrich zunächst die Notwendigkeit besporen, dass die weltliche und geistliche Gewalt Einigkeit und Zusammenhalt bewahren müssten. Dann hatte er sich berät selbst bezichtigt, gegen diese Maxime verstoßen zu haben. Auch bezichtigte sich der König simonistischer Praktiken, erbart in allem Rat und Hilfe des Papstes und gelobte in Zukunft eure Vorschrift in allem eifrigst zu beachten. Mit diesen Aussagen bot Heinrich Gregor dem Siebenten genau das, was der Papst vom König erwartete, entsprechend positiver auch dessen Reaktion. Heinrich scheint sein Ziel erreicht zu haben, der Papst glaubte an die Option einer friedlichen Zusammenarbeit in den strittigen Fragen und hielt an dieser Meinung längere Zeit fest. Die drohende Gefahr einer Koalition aller seiner Gegner hatte Heinrich auf diese Weise abgewehrt. Heinrich hat es bis zu dieser Zeit ganz offensichtlich geschafft, dass ihn Gregor nicht für alle Missstände im Reich und in der Reichskirche persönlich verantwortlich machte, sondern mit ihm gemeinsam die dortigen Zustände verbessern wollte. Wie groß die Hoffnung des Papstes auf eine harmonische Zusammenarbeit mit Heinrich am Ende des Jahres 1074 noch war, zeigt ein weiterer Brief, in dem Gregor Heinrich von seinem sogenannten Orientplan Kenntnis gab. Der Papst wollte mit einem Heer in den Orient ziehen, um dort den bedrängten Christen zu Hilfe zu kommen. Der Zug sollte bis zum Grabe des Herrn, also bis Jerusalem gehen. Für dieses Unternehmen brauchte er Heinrichs Unterstützung. Die Wertschätzung, die Gregor VII. Heinrich in dieser Zeit entgegenbrachte, hinderte ihn nicht daran, auf der Fastensynode des Jahres 1075 fünf Ratgeber des Königs, auf deren Rat hin Kirchen verkauft werden, zu bannen. Irritationen des Papstes, was Heinrichs Vertrauenswürdigkeit angeht, lassen sich erst im September 1075 erkennen. Kaum hatte Heinrich nämlich gegen die Sachsen die Oberhand gewonnen, begann er eine überaus aktive Italien-Politik, die sich gar nicht an den päpstlichen Interessen orientierte und somit allen vorherigen Versicherungen brach. Heinrich beauftragte zunächst zunächst ausgerechnet einen seiner exkommunizierten Ratgeber, den Grafen Eberhardt, Verhandlungen in der Frage der Mailänder Bischofserhebung zu führen. Diese königliche Initiative überging sehr rigoros alle päpstlichen Ansprüche und Interessen und der König lieferte mit diesen politischen Aktivitäten wieder einen Beweis für abrupte Richtungsänderungen ohne Rücksicht auf vorherige Zusagen. Gregor hat dann auch gleich reagiert und Heinrich einen Brief gesandt, der schon in der Adresse keinen Zweifel an seiner Verärgerung ließ. Bischof Gregor, Knecht der Knechte Gottes, sendet König Heinrich Gruß und apostolischen Segen, wenn er denn dem apostolischen Stuhl gehorcht, wie es einem christlichen König geziemt. Dann werden Heinrich in einem langen Brief die Leviten gelesen. Dennoch ist dieser Brief in seinem ganzen Duktus und in seiner Wortwahl kein direkter Angriff auf den König, sondern lässt ihm durchaus die Möglichkeit zur Wiederaufnahme des Verhandlungsfadens. Allerdings atmet die biblisch fundierte Mahnung durchaus apostolische Strenge und päpstliches Selbstbewusstsein. Brisanter als das schriftlich Niedergelegte scheint das gewesen zu sein, was Gregor den Gesandten, die den Brief überbrachten, mündlich mit auf den Weg gegeben hatte. Die eigentlichen Streitpunkte wurden den mündlich-persönlichen Informationen der Abgesandten vorbehalten. Gregor erwähnt selbst in seinem Brief, dass er den Abgesandten Verhandlungsaufträge erteilte, die im Brief nicht angesprochen werden. Diese Lücke füllte in diesem Fall Lampard von Heersfeld, der über diesen für das Verständnis der Eskalation zentralen Punkt berichtet, ferner anwesend bei der Weihnachtsfeier in Goslar 1075, waren Legaten des Papstes Hildebrandt, die dem König mitteilten, er möge sich am Montag der zweiten Fastenwoche zu einer Synode in Rom einfinden, um sich wegen der Vergehen, die man ihm vorwerfe, zu rechtfertigen. Anderenfalls werde er unverzüglich an demselben Tag durch apostolischen Bann vom Leibe der Kirche abgetrennt werden. Diese Botschaft erregte beim König schweren Unmut. Sofort wies er die Legaten unter schweren Beschimpfungen ab und befahl allen Bischöfen und Äbten seines Reiches, sich am Sonntag Septuagesimä in Worms zu versammeln. Dort wollte er mit ihnen beraten, ob es einen Weg, ob es eine Möglichkeit gebe, den Papst abzusetzen. Mit der Veröffentlichung vertraulich überbrachter Mahnungen und Drohungen durchkreuzte Heinrich die Absichten des Papstes und machte eine Konfrontation unausweichlich. Die ganze Geschichte seiner Bemühungen mit Heinrich dem Vierten in den Jahren 1073 bis 1076 in Eintracht und Frieden zusammenzuarbeiten und die Unberechenbarkeit und Willkür, mit der Heinrich IV. diese Versuche vereitelt hatte, breitete Gregor VII. später in einem Brief aus, den er nach der Bannung Heinrichs an alle Bischöfe, Herzöge, Grafen und alle übrigen Gläubigen im Deutschen Reich schickte. Darin streitet Gregor noch einmal die ganze Strecke seiner Bemühungen ab, mit Heinrich ins Einvernehmen zu kommen. Als wir noch Diakon waren und die üble und wenig ehrenhafte Kunde von den Taten des Königs zu uns gelangte, haben wir ihn wegen der kaiserlichen Würde aus Ehrfurcht vor seinem Vater und seiner Mutter, aber auch in der Hoffnung und in dem Verlangen, er werde sich bessern, oft durch Briefe und Gesandte ermahnt, von seiner Bosheit zu lassen und Eingedenk seines durchlauchten Geschlechts und seiner Würde sein Leben so zu führen, wie es sich für einen König und, so Gott will, zukünftigen Kaiser zieme. Als wir aber, obschon wir dessen nicht wert waren, zur pepstlichen Würde gelangten und, da er wie an Alter so auch an Bosheit zunahm, einsahen, dass der Allmächtige Gott umso strenger seine Seele aus unserer Hand fordern werde, als uns vor allen übrigen Erlaubnis und Vollmacht gegeben war, ihn zurechtzuweisen, haben wir umso ernsthafter ihn auf jede Weise durch Vorwürfe, Bitten und Zurechtweisen zur Besserung seines Wandels gemahnt. Er aber sandte uns häufig demütigen Gruß und Briefe, in denen er sich teils mit seiner Jugend entschuldigte, die noch schwach und anfällig sei, teils damit, dass ihm oft schlecht von denjenigen geraten werde, in deren Händen der Hof sich befinde und er versprach, von einem Tag auf den anderen unsere Ermahnungen bereitwilligst anzunehmen, aber nur mit Worten, während er in der Tat Schuld auf Schuld häufte und sie völlig missachtete. Einige seiner Vertrauten, auf deren Rat und Machenschaften er Bistümer und viele Klöster verlockt durch Geld in simonistischer Ketzerei durch die Einsetzung von Wölfen statt wahrer Hirten geschändet hatte, riefen wir unterdessen zur Buße auf, damit sie die Kirchengüter, die sie durch so frevelhaftes Handeln mit kirchenschänderischer Hand empfangen hatten, an die heiligen Orte, denen sie gehörten, zurückerstatteten, solange noch Zeit sei und selbst für den begangenen Frevel durch Tränen der Reue Gott Genugtuung leisteten. Aber wir mussten sehen, wie sie die ihnen gewährte Frist missachteten und hartnäckig in ihrer Kirchenschänder und Diener und Glieder des Teufels von der Gemeinschaft und dem Leib der ganzen Kirche getrennt und zugleich den König ermahnt, dass er sie als Gebannte aus seinem Haus, seinem Rat und jeglicher Gemeinschaft vertreibe. Inzwischen aber bedrängte die sächsische Angelegenheit den König immer mehr und er erkannte, dass sich die Kräfte des Reiches ihm weitgehend versagen wollten. Da sandte er wieder einen flehentlichen und ganz demütigen Brief an uns, in dem er sich vor dem Allmächtigen Gott, vor dem Heiligen Petrus und uns schuldig bekannte und bat uns, durch unsere apostolische Vorsorge und Vollmacht nach Möglichkeit zu bessern, was durch seine Schuld in den kirchlichen Angelegenheiten gegen das kanonische Recht und die Satzungen der Heiligen Väter geschehen sei. Dabei versprach er uns in allen Stücken Gehorsam, Zustimmung und getreuliche Hilfe. Als der König dann aber einige Zeit später den Sachsen eine Schlacht geliefert hatte, dankte und opferte er für den Sieg Gott dergestalt, dass er das Gelöbnis seiner Besserung alsbald zerbrach und nichts von dem beachtete, was er versprochen hatte. Obgleich uns heftiger Schmerz darüber ergriff, kamen wir dennoch zu dem Schluss, auch jetzt noch seinen Sinn auf die Probe zu stellen, weil wir lieber wollten, dass er die apostolische Güte vernehme, als dass er ihre Strenge erführe. Deshalb sandten wir ihm Briefe voller Ermahnungen, darüber hinaus sandten wir drei fromme und ihm ganz ergebene Männer zu ihm, durch die wir ihn insgeheim ermahnten, Buße zu tun für seine Briefe Taten, die man nur mit Schrecken nennen kann, doch vielen bekannt sind und vielerorts verbreitet werden und für die Medikation verdient hätte, bis er hinreichende Genugtuung leistet, sondern auch die Entsetzung von aller königlicher Würde, ohne Hoffnung auf Wiederherstellung. Heinrichs Reaktion auf die päpstliche briefliche Ermahnung und die mündliche Drohung, dass der Papst ihn aus der Kirche ausschließen werde, wenn er sein Verhalten nicht radikal ändere, ließ nicht lange auf sich warten. Auf den 24. Januar bestellte er die Fürsten zu einem Hoftag nach Worms, auf dem eine angemessene Antwort auf die Initiative Gregors beraten und beschlossen werden sollte. Zuvor kam es noch zu einer ganz ungewöhnlichen Maßnahme Heinrichs, die möglicherweise im Zusammenhang mit seinem sehr grundsätzlichen Angriff auf Gregor den Siebenten stand. Heinrich hat sich nämlich zu Weihnachten in Goslar mit dem ehemaligen Herzog Otto von Nordheim versöhnt und diesen sogar zu seinem Stadthalter in Sachsen gemacht. Wieder handelt es sich um eine der plötzlichen und in diesem Fall fast unfassbaren Wendungen in Heinrichs Politik, die den bisher vielfach bekämpften Otto zum besonderen Vertrauten machte. Wie konnte es dazu kommen, dass der nach dem Triumph über die Sachsen scheinbar übermächtige König ein Jahr später von allen verlassen, warfuß im Schnee vor der Burkanossa stand, um von Gregor die Wiederaufnahme in die Kirche zu erreichen und so sein Königtum zu retten. Beginnen wir in Worms. Dort war Kardinal Hugo der Weiße anwesend, der von Gregor VII. bereits zum dritten Mal aus der Kirche ausgeschlossen worden war. Er versorgte die Versammlung mit Informationen über Werdegang, Wahl und Lebensführung des Papstes, die offensichtlich großen Eindruck auf die Versammelten machten, weil es sich vorgeblich um Enthüllungen eines intimen Kenners der römischen Verhältnisse handelte. Unter anderem behauptete der römische Kardinal, dass Gregor zu intime Beziehungen zu Herzogin Mathilde von Tustien unterhalte, was angesichts des unnachgiebigen Kampfes, den Gregor für Zölibat und Keuschheit der Priester führte, gewiss eine Sensation war. Wahr waren die Behauptungen Hugus des Weißen allem Anschein nach jedoch nicht. Immerhin nahmen 26 von 34 Reichs Bischöfen teil, während die weltlichen Reichsfürsten mit einer Ausnahme fehlten. Es ist schwierig zu erkennen, wer in Worms die Protagonisten des Vorgehens gegen den Papst waren, wer sich eher zurückhielt und wer sich gar nur gezwungenermaßen an dem Vorgehen gegen Gregor beteiligte. Und es ist auch schwierig zu entscheiden, wie stark der Rückhalt des Königs, der gewiss großes Interesse an der Absetzung Gregors hatte, in dieser Situation unter den Bischöfen war. Immerhin hatte Gregor nicht wenige von ihnen durch seine Maßnahmen gegen sich aufgebracht. Man muss nur daran erinnern, wie viele der Reichsbischöfe in den Jahren zuvor zur Rechenschaft nach Rom zitiert und welche von ihnen sogar suspendiert worden waren. Selbst der die Wormser Synode präsidierende Mainzer Erzbischof Siegfried hatte Gregors Unwillen und Tadel in reiche Maße ertragen müssen. Es gab also durchaus Grund für viele der Bischöfe sich hinter den König und gegen Gregor zu stellen. Jedenfalls gab es ein eigenes Schreiben der Bischöfe an den Papst, das in seinen Vorwürfen an Gregor nicht weniger entschieden war als die königlichen Schreiben. Auch die Bischöfe urteilten, dass Gregor nicht mehr rechtmäßig Papst sein könne und begründeten dies unter anderem damit, dass Gregor einen Eid geleistet habe, niemals ohne die Zustimmung des deutschen Königs die Papstwürde zu übernehmen. Sie warfen ihm überdies seine Papstwahl vor, die gegen das Papstwahldekret Papst Nikolaus durchgeführt worden sei, und sie klagten ihn schließlich an, durch das Zusammenleben mit einer Frau einen sehr schweren Skandal in der Kirche herauf beschworen zu haben. Der König legte nun besonderen Wert darauf, seine Argumentation gegen den Papst bekannt zu machen. Dieser Brief beginnt mit der berühmten Adresse Heinrich nicht durch Anmaßung sondern durch Gottes gerechte Anordnung König an Hildebrand nicht mehr den Papst sondern den falschen Mönch. In Heinrichs Brief heißt es Du hast unsere Demut für Furcht gehalten und dich daher nicht gescheut dich sogar gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt zu Königtum empfangen hätten als ob in deiner und nicht in Gottes Hand Königs und Kaiserherrschaft liegen durch List was das Mönchs Gelübde verabscheut bist du zu Geld gekommen durch Geld zu Gunst durch Gunst zum Schwert durch das Schwert zum Sitz des Friedens und vom Sitz des Friedens aus hast du den Frieden gestört die Untergebenen hast du gegen die Vorgesetzten bewaffnet unsere Brief hast du der Unberufene zu verachten gelehrt der Brief endet mit den berühmten Worten ich Heinrich durch die Gnade Gottes König sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen steige herab steige herab man muss angesichts all der rhetorischen Wucht mit der in den Briefen das Amtsende Gregors herbeigeschrieben wird betonen dass in Worms keine förmliche Absetzung des Papstes vollzogen wurde Man hat ihn aufgefordert den Stuhl Petri den er ungerecht okkupiert habe zu verlassen die Bischöfe haben ihm den Gehorsam aufgekündigt Heinrich hat die Römer aufgefordert sich gegen ihn zu erheben und so zu seiner Abdankung beizutragen nach der dann kanonisch rechtmäßig Heinrich nach dem Rat der Kardinal Bischöfe und dem Rat der Römer einen neuen Papst hätte erheben können Heinrich wusste dass eine Absetzung Gregors in Rom durchgesetzt werden musste und um eine Unterstützung der italienischen Bischöfe in dieser Angelegenheit hat er sich sofort und erfolgreich bemüht ins Auge gefasst wurde auch eine Verhandlung über Gregor in der drei deutsche Bischöfe die älter als Gregor waren Wilhelm von Utrecht Eberhard von Naumburg Altwin von Brixen ein Urteil über den Papst fällen sollten und geplant war offensichtlich ebenfalls ein Rom Zug der angesichts der sich überstürzenden Entwicklung aber gar nicht mehr zustande kam einen Tag vor der römischen Fastensynode 1076 erreichten die Boten mit ihren Schreiben aus Worms Rom die Schreiben wurden vor der Synode ebenso verlesen wie die Aufkündigung des Gehorsams der italienischen Bischöfe Gregors Reaktion war differenziert und gezielt von den deutschen Bischöfen die das Wormser Schreiben unterzeichnet hatten exkommunizierte der Papst alle diejenigen die freiwillig diesen Brief unterzeichnet hatten die anderen suspendierte er räumte ihnen jedoch die Möglichkeit ein sich in Rom für ihr Tun zu verantworten dem König aber hatte er eine besonders feierliche Form der Exkommunikation vorbehalten der Papst schreibt in einem Gebet im Namen denn es gebührt sich dass derjenige der die Ehre deiner Kirche zu verringern trachtet selber die Ehre verliert die er zu besitzen scheint und weil er es verschmäht hat wie ein Christ zu gehorchen und nicht zu Gott den er verlassen hat zurückgekehrt ist sondern mit gebannten Gemeinschaft hält vielerlei Unrecht tut meine Ermahnungen verachtet du bist mein Zeuge sich von deiner Kirche trennt und sie zu spalten sucht darum binde ich als dein Stellvertreter ihn mit der Fessel des Fluchs und binde ihn im Vertrauen auf dich derart dass alle Völker es wissen und erkennen dass du bist Petrus und auf deinen Felsen der Sohn des lebendigen Gottes seine Kirche gebaut hat und die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden die Antwort war gegeben und nun musste sich entscheiden ob die geistliche Autorität oder die weltliche Macht die Oberhand behalten würde der Papst hatte den Königer nicht einfach exkommuniziert sondern hatte ihm die Herrschaft abgesprochen und alle Christen vom Eid gelöst den sie Heinrich dem Vierten geleistet hatten die Nachricht von dieser Reaktion des Papstes und der Bannung des Königs erreichte den Hof als das Osterfest in Utrecht gefeiert wurde Heinrich scheint von der Bannung zunächst nicht sehr beeindruckt gewesen zu sein Was danach geschah dürfte auf die Zeitgenossen jedoch wie ein direktes Eingreifen Gottes in das irdische Geschehen gewirkt haben Bischof Wilhelm von Utrecht erkrankte unmittelbar nachdem er von der Kanzel verkündet hatte der Papst habe zwar den König gebannt doch habe dieser Bann keine Wirkung und was noch eindeutiger war in die Kathedrale von Utrecht schlug der Blitz ein und ließ sie abbrennen Bruno Hat sich angesichts dieser Zeichen jeder Anhänger Heinrichs überlegt ob er ein gleiches Schicksal wie der Utrechter Bischof riskieren wollte Es spricht einiges dafür dass viele so dachten oder zumindest verunsichert waren Unstrittig ist dass nach Ostern 1076 die Unterstützung der Sache Heinrichs rapide abnahm seine Gegner sich zu formieren und ihre Kräfte zu sammeln begannen Ein für Pfingsten in Aussicht genommener Hoftacken Worms für den Heinrich noch einmal brieflich geworben hatte und auf dem man Gregor den siebenten förmlich absetzen wollte Karmangels Beteiligung zu keinem Ergebnis Fürsten die sächsische Große in Haft hielten ließen diese nun eigenmächtig frei andere musste der König notgedrungen freilassen die nach Sachsen zurückkehrenden eröffneten den Widerstand gegen Heinrichs Besatzungen erneut und so erfolgreich dass auch Heinrichs sächsischer Stadthalter Otto von Nordheim die Partei wechselte und sich wieder den Gegnern Heinrichs anschloss Als ein Einfall Heinrichs in Sachsen den er mit böhmischer Hilfe hatte vornehmen wollen scheiterte stand ganz Sachsen wieder geschlossen gegen den König Zunächst unabhängig von dieser Entwicklung wurden im Süden die Herzöge Rudolf Welf und Berthold aktiv trafen sich im April mit verschiedenen Bischöfen und im September dann mit dem päpstlichen Legaten Altmann von Passau und anderen Bischöfen in Ulm Ergebnis ihrer Besprechung aber war es sollten sich alle die wünschten dass dem Reich geholfen werde am 16. Oktober in Tribur versammeln und des Unheils überdrüssig endlich einmal den mannigfachen Schädigungen durch durch die die schon viele Jahre lang der Friede der Kirche gestört werde ein Ende machen damit übernahmen die Fürsten die Initiative die Zusammenkunft von Tribur war als königsloser Tag geplant man wollte über den König nicht mit dem König verhandeln schon im Umfeld der Vorbereitungen dieses Tages sagten sich viele der Bischöfe die in Worms Heinrich unterstützt hatten von seiner Sache los In Tribur nahmen sich die Fürsten für die Causa Heinrichs des Vierten Zeit Lampert von Hersfeld hat detailliert aufgelistet was alles Gegenstand der Untersuchung war die nach den Angaben der Gewehrsleute sieben oder sogar zehn Tage gedauert haben soll sie rollten die gesamte Lebensführung des Königs von Kindesbeinen an auf durch welche Laster und Schandtaten er noch kaum erwachsen seinen Ruhm und die Würde des Reiches befleckt habe welche Ungerechtigkeiten er gegen Einzelne welche er gegen alle insgesamt begangen habe sobald er mannbar geworden war wie er die Fürsten vom vertrauten Verkehr mit ihm ausgeschlossen dagegen die niedrigsten Menschen ohne Ahnen zu höchsten Ehren empor gehoben habe und mit ihnen Nächte wie Tage in Beratungen verbringe und darauf Sinne den Hohen Adel womöglich gänzlich auszurotten wie er Barbarenvölker unbehelligt gelassen habe gegen ihm untertänige Völker dagegen geflissentlich das Schwert gezückt habe und bei ihrer Vernichtung mit feindlicher Grausamkeit wüte wie das Reich das er von seinen Vorfahren in vollstem Frieden und blühendem Wohlstand übernommen habe durch ihn geschändet entehrt und in innerem Zwist gespalten und mit Blut gedrängt worden sei Die Antworten der Versammelten auf diese Fragen ergaben ein Sündenregister des Königs das sich wie ein negativer Fürstenspiegel liest und es liegt auf der Hand dass es angesichts der Diagnosen für die Beratenden nur eine Konsequenz gab nämlich Heinrich abzusetzen und so schnell wie möglich einen anderen König zu wählen doch überraschender Weise kam es zu einem Kompromiss der Heinrich eine letzte Chance lie sein Königtum zu bewahren und der in der älteren Forschung zu einer intensiven Debatte über die Frage geführt hat inwieweit man in Tribur von einer bedingungslosen Kapitulation Heinrichs reden könne Es ist nicht unwahrscheinlich dass es die päpstlichen Legaten waren die auf den Kompromiss hingewirkt haben denn auch Gregor der Siebente hatte geraten milde gegenüber Heinrich walten zu lassen Die Verhandlungen die zwischen den in Tribur versammelten und Heinrich geführt wurden hatten jedenfalls das Ergebnis dass Heinrich seine Haltung gegenüber Gregor dem Siebenten radikal änderte und dem Papst schließlich gehorsam und Genugtuung versprach dafür gewährte man ihm Aufschub und verzichtete auf die sofortige Neuwahl eines Königs Gregor der Siebente sollte zu einer Untersuchung der Frage ins Reich kommen ob Heinrich noch rechtmäßig König sein könne dazu war eine erneute Prüfung und Untersuchung seiner Lebens- und Amtsführung durch den Papst vorgesehen die am 2. Februar 1077 in Augsburg stattfinden sollte falls Heinrich jedoch binnen eines Jahres keine Lösung vom Bann erreiche sollte er sein Königtum endgültig verlieren aber auch ein förmliches Versprechen hat Heinrich in diesem Zusammenhang geben müssen wobei der Verdacht besteht dass Heinrich auch in dieser verzweifelten Lage noch zu Winkelzügen und Fälschungen fähig war es scheinen nämlich verschiedene Versionen seines Versprechens in Umlauf gekommen zu sein die sich nicht unerheblich voneinander unterscheiden das Versprechen Lateinisch Promissio hat folgenden Wortlaut auf den Rat meiner Getreuen hin verspreche ich dem Apostolischen Stuhl und dir Papst Gregor in allen Stücken Schuldigen Gehorsam leisten zu wollen ich werde in allen Punkten in denen ich dem Apostolischen Stuhl oder dir Schaden an der Ehre zugefügt habe demütige Genugtuung leisten Da ich aber noch viel schwereres gegen jenen Apostelsitz und gegen deine würdige Person getan habe werde ich mich zu gegebener Zeit durch das Zeugnis der Unschuld reinigen wenn wenn Gott mir hilft oder ich werde gerne eine angemessene Strafe auf mich nehmen auch darf deine Heiligkeit nicht übersehen welcher Schaden der Kirche durch die über dich verbreiteten Dinge entstanden ist sondern sie muss durch deine Weisheit die ganze Kirche und das ganze Reich wieder stabilisieren indem aus dem öffentlichen Bewusstsein auch dieser Stein des Anstoßes entfernt wird Der letzte Satz dieser Promissio mit dem Gregor erneut wie in Worms der Vorwurf gemacht wird er habe seinerseits ein Skandalum in der Kirche verursacht und müsse dies aus der Welt schaffen passt gar nicht zum Geist der Verhandlungen in Tribur Man kann sich nicht vorstellen dass die Fürsten diesen Passus akzeptiert haben sollen Damit bleibt nur die Möglichkeit dass Heinrich oder seine Helfer den letzten Satz zur Wahrung des Gesichts der wirklichen Promissio die nur aus den ersten Sätzen dieses Textes bestanden haben dürfte hinzugefügt und so unter seinen Anhängern den Eindruck eines Kompromisses verbreitet haben Gesetzt diese Annahme wäre richtig würde wieder einmal deutlich zu welchen Mitteln dieser König in Notlagen zu greifen bereit war Wie dem auch sei um Heinrichs Sache stand es ausgesprochen schlecht Er hatte zugestimmt auf die Ausübung seines Königsamtes bis zur Klärung seines Falls zu verzichten Er hatte sich auf eine Untersuchung seiner Vergehen unter Führung Gregors des Siebenten in Augsburg einzustellen und es war überdies abgesprochen dass er sein Königtum endgültig verlieren sollte falls falls er sich nicht binnen eines Jahres aus dem Bann befreite und von Gregor wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen würde Aber Heinrich durchkreuzte alle Pläne seiner Widersacher und setzte auf eine Karte die auf den ersten Blick nicht ungeschickt herausgesucht war Er machte sich zu einem persönlichen Treffen mit Gregor dem siebten auf in der Hoffnung dass der Hirte die Wiederaufnahme eines reumütigen Schafes in die Herde nicht verweigern könne Und hierin hat er sich nicht verrechnet Aber um welchen Preis Es ist viel darüber geschrieben worden welche grundsätzlichen Konsequenzen dieser Schritt der Gang nach Canossa hatte Der König erkannte damit die päpstliche Jurisdiktionsgewalt über sich an Gab sein Gottes Gnadentum seine ausschließliche und unmittelbare Abhängigkeit von Gott auf die er Anfang 1076 in Worms noch so betont hatte Durch Canossa habe das deutsche Königtum seine Todeswunde empfangen die nie verheilt sei hat man noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts diagnostiziert Auch wenn man es heute wohl nicht mehr so dramatisch formulieren würde bleibt die Frage aktuell war dieser Einsatz gerechtfertigt um politisch wieder handlungsfähig zu werden und eine drohende Absetzung zu verhindern einer auch nur einigermaßen begründeten Antwort auf diese Fragen steht wie so oft die Tatsache entgegen dass wir über die fraglichen Vorgänge so gut wie ausschließlich aus der Feder von Heinrichs Gegnern unterrichtet werden erst nach seinem Tod hat der anonyme Autor seiner Lebensbeschreibung ganz knapp Absichten Heinrichs bei seinem Kanossergang skizziert als Heinrich erkannte wie sehr er in Bedrängnis geraten war fasste er in aller Heimlichkeit einen schlauen Plan plötzlich und unerwartet reiste er dem Papst entgegen und erreichte mit einem Schlag zwei Dinge Er empfing die Lösung vom Bann und unterband durch sein persönliches Dazwischentreten die für ihn bedenkliche Zusammenkunft des Papstes mit seinen Widersachern Heinrich brach im Winter mit kleiner Begleitung aber mit seiner Gemahlin Bertha und dem dreijährigen Sohn Konrad von Speyer aus nach Italien auf um dem Erscheinen Gregors in Augsburg zuvor zu kommen Lampert von Hersfeld schildert den Alpenübergang des Königs im tiefsten Winter Den Pferden habe man beim Abstieg von den Passhöhen die Beine zusammengebunden und sie so die steilen Abhänge hinunter geschafft Die Königin und die Frauen ihres Gefolges habe man auf Rinderhäute gesetzt und diese quasi als Schlitten genutzt Jedenfalls gelang die Überraschung Gregor der Siebente brach seine Reise nach Deutschland ab und zog sich auf die uneinnehmbare Burg seiner Vertrauten der Markgräfin Mathilde zurück Heinrich fand hochrangige Vermittler die bereit waren sich für seine Sache beim Papst zu verwenden Gregor hat den Vorschlägen verschiedener Vermittler zunächst einen Vorschlag entgegengesetzt Wenn er aufrichtig seine Tat bereut soll er zum Zeichen wahrer von Herzen kommender Reue die Krone und die übrigen Insignien des Reiches unserer Gewalt übergeben und sich nach so frievelhafter Tat für unwürdig des königlichen Namens und Amtes erklären Dieses Angebot zielte darauf vor einer in Augsburg geplanten Untersuchung sondern Heinrich durch die Übergabe der Insignien zu einer demonstrativen Anerkennung des Verfahrens zu bringen Gregor setzte sich mit seinem Vorschlag jedoch nicht durch Vielmehr erreichten die Vermittler dass Heinrich zur Buße vorgelassen wurde Und als sie heftig in ihn drangen seinen Spruch zu mildern und das zerstoßene Rohr nicht durch die Strenge seines Urteils völlig zu zerbrechen da ließ er sich mit Mühe und Not die Zustimmung dazu abbringen daß er vor ihm erscheine Da kam der König wie ihm befohlen war und da die Burg von drei Mauern umgeben war wurde er in den zweiten Mauerring aufgenommen Und hier stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder ohne aller Abzeichen der königlichen Würde ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen barfuß und nüchtern vom Morgen bis zum Abend das Urteil des Papstes erwartend So verhielt er sich am zweiten so am dritten Tag Endlich am vierten Tag wurde er zu ihm vorgelassen und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich unter folgenden Bedingungen vom Bann losgesprochen Er solle an einem vom Papst zu bestimmenden Tag und Ort auf einer allgemeinen Versammlung zu der die deutschen Fürsten berufen werden würden erscheinen und auf die Anklagen die man vorbringen werde Bescheid geben Der Papst solle wenn er es für vorteilhaft halte selbst als Richter die Entscheidung treffen und er solle auf seinen Urteil spruch hin entweder die Krone behalten wenn er sich von den Vorwürfen reinige oder sie ohne Unmut verlieren wenn seine Vergehen erwiesen seien und er für die Zukunft nach dem kirchlichen Gesetzen der königlichen Würde für unwürdig erklärt werde Trotz aller Versprechungen die Heinrich bezüglich zukünftiger Untersuchungen seines Verhaltens abgab haftete dieser Lösung ein ziemlich eindeutiger Makel an Gregor hatte sich durch die Hartnäckigkeit und den persönlichen Einsatz der Vermittler dazu bewegen lassen den König noch vor einer Untersuchung seiner angeblichen Missetaten und Verbrechen wieder in die Kirche aufzunehmen er hatte das barfüßige Stehen im Schnee als Bußleistung akzeptiert und den Makel der Exkommunikation von Heinrich genommen dies verschaffte Heinrich politisch eine erheblich günstigere Position denn eine Frage war in Canossa quasi ausgeklammert worden war Heinrich durch diese Buße von Gregor auch wieder in sein Königs Amt eingesetzt worden immerhin hatte Gregor bei der Exkommunikation ja auch verboten ihm weiter als König zu dienen und ihm geleistete Eide für nichtig erklärt die Beurteilung der Sachlage wird dadurch erschwert dass Gregor der Siebente selbst in einem Brief an alle Erzbischöfe Bischöfe Herzöge Grafen und sonstigen Fürsten des Königreichs der Deutschen seine Version der Vorgänge in Canossa erläuterte Gregor berichtet er habe zunächst alle Verhandlungsversuche die Heinrich durch Boten gemacht habe unter vielfältigen Überlegungen lange hinaus geschoben und ihn durch all die Boten die hin und her wechselten heftig wegen seiner Ausschreitungen zurückgewiesen Dann sei Heinrich jedoch vor der Burg ohne jedes königliche Gepränge nämlich unbeschut und in wollener Kleidung erschienen und habe alle Anwesenden zu solcher Barmherzigkeit und solchem barmherzigen Mitleid bewogen dass sich alle unter vielen Bitten und Tränen für ihn verwandten Gregor akzentuiert dass er von Heinrichs Bußleistungen überrascht worden und dann gezwungen worden sei dieser Erpressung nachzugeben und Heinrich wieder in die Kirche aufzunehmen Unstrittig ist was Gregor weiter plante eine Untersuchung über Heinrichs Amts- und Lebensführung zu leiten und gemeinsam mit den Fürsten zu einer Entscheidung über dessen Königtum zu kommen gleich im Anschluss hat Gregor denn auch den Eid in sein Register eintragen lassen den Heinrich zur Sicherung der Abmachungen in Canossa geleistet hat Ich König Heinrich werde hinsichtlich der Unzufriedenheit und Meinungsverschiedenheit die zur Zeit mir gegenüber bestehen bei Erzbischöfen und Bischöfen Herzügen Grafen und sonstigen Fürsten des Reiches der Deutschen innerhalb des Zeitraums den der Herr Papst Gregor bestimmt entweder Gerechtigkeit gemäß seinem Urteil oder Einvernehmen gemäß seinem Rat schaffen sofern nicht ein eindeutiges Hindernis mir oder ihm entgegensteht Wenn dies nicht mehr besteht bin ich bereit dasselbe durchzuführen Schon am Beginn des Eides fällt ein scheinbares Detail ins Auge Ich König Heinrich Gregor hatte die Tatsache akzeptiert dass ein Gegenspieler König und nicht Ex-Rex war wie man ihn zuvor gern bezeichnet hatte Die 1076 in Rom vorgenommene Suspendierung Heinrichs vom Königsamt war also zumindest implizit zurückgenommen auch wenn die Untersuchung der Taten Heinrichs nach wie vor Gregors vorrangiges Ziel blieb Kurz nach Canossa veränderte sich die Situation jedoch gravierend Die Fürsten hatten in Forchheim im März 1077 in voller Kenntnis der Ereignisse von Canossa Herzog Rudolf von Rheinfelden zum Gegenkönig gewählt Dies schuf für alle Beteiligten eine neue Lage die in keiner der bisherigen Vereinbarungen berücksichtigt worden war Die Karten waren so an verschiedenen Orten neu gemischt worden Seit dem 15. März 1077 gab es nun die Causa Regum mit der man in den drei folgenden Jahren auf drei verschiedenen Ebenen fertig zu werden versuchte Einmal unternahmen nun beide Könige erhebliche militärische Anstrengungen die andere Seite in die Knie zu zwingen und es kam zu Verwüstungen Belagerungen und zu mehreren Schlachten Daneben gab es aber auch direkte Verhandlungen zwischen Vertretern beider Parteien mit denen man ein gütliches Ende des Konflikts erreichen wollte Und schließlich gab es weiterhin das den neuen Bedingungen angepasste Vorhaben Gregors des Siebenten unter seiner Leitung zu untersuchen wem der beiden Könige die Gerechtigkeit günstiger sei In einem Brief an seine beiden Legaten vom 31. Mai 1077 fordert der Papst dass ihr die beiden Könige Heinrich und Rudolf ermahnt uns einen sicheren Weg über das Gebirge zu öffnen denn wir wünschen die zwischen ihnen schwebende Angelegenheit mit Gottes Hilfe zu verhandeln und darzulegen auf welcher Seite das größere Recht ist das Reich zu regieren Als bevorzugter Schauplatz der Auseinandersetzungen um die Modalitäten einer Untersuchung über die beiden Könige fungierten die römischen Fastensynoden der Jahre 1078 bis 1080 auf denen beide Parteien jeweils durch Vertreter ihre Standpunkte verdeutlichen ließen eh Papst Gregor im Jahre 1080 zur zweiten Bannung Heinrichs bereit war Die Parteien konzentrierten sich zwischenzeitlich weniger auf die Vorbereitung der Versammlung als auf eine militärische Entscheidung des Streits Am 7. August kam es bei Melrichstadt zu einer Schlacht zwischen den Heeren beider Könige Einen eindeutigen Sieger hatte diese Begegnung jedoch nicht Als Gregor im November 1078 erneut eine Synode in Rom versammelte waren zwar wieder Vertreter beider Könige zugegen die sich wechselseitig beschuldigten die Vereinbarungen des Frühjahrs nicht eingehalten zu haben doch Gregor sah erneut nicht genügend Substanz für eine Entscheidung und versuchte daher noch einmal durch Boten eine Versammlung zur Herstellung von Frieden und Gerechtigkeit zusammen zu bringen Nicht Nicht in Rom sondern wie bisher immer geplant in Deutschland sollte die Entscheidung über die Herrschaft der beiden Könige fallen Wieder verstrich ein Jahr Verhandlungen blieben ergebnislos Die militärischen Versuche brachten ebenfalls keine Klärung Gregors Reaktion während der nächsten Fastensynode kam in unmissverständlicher Eindeutigkeit und fiel gegen Heinrich den Vierten aus Heinrich hatte Gregor ein Ultimatum gestellt Er würde Gregor den Schuldigen Gehorsam leisten Wenn dieser Rudolf ohne Urteil das heißt ohne die geplante Untersuchung exkommuniziere Falls nicht werde Heinrich einen Papst erheben der bereit sei seinen Willen zu erfüllen Ähnlich wie 1076 kleidete Gregor der Siebente seine Bannung Heinrichs in ein Gebet an die Apostelfürsten Petrus und Paulus indem er noch einmal seine ganze Beziehungsgeschichte zu den deutschen Königen und die Prinzipien die ihn in diesen Fragen geleitet hatten rekapitulierte Der entscheidende Vorwurf gegenüber Heinrich aber war nicht etwa dass er Gregor mit der Einsetzung eines Gegenpapstes gedroht hatte sondern der genannte Heinrich aber mitsamt seinen Begünstigern fürchtete nicht die Gefahr des Ungehorsams der dem Verbrechen des Götzendienstes gleich ist und verhinderte das Kolloquium Gregor hatte nun endlich eingesehen dass sein Ziel eine Untersuchung über die beiden Könige unter päpstlicher Leitung durchzuführen von Heinrich nicht ernsthaft unterstützt wurde eine Untersuchung war jetzt offensichtlich nicht mehr nötig Gregor exkommunizierte Heinrich erneut und verbot ihm das Königreich der Deutschen und Italiens aber es geschah das Gegenteil von dem was Gregor gefordert hatte wie 1076 bei Heinrich können wir nun die verheerende Wirkung dieser Entwicklung auf die Position Gregors und seiner Anhänger beobachten Aus dem Reich kennen wir die Reaktion auf diese zweite Bannung Heinrichs des Vierten vor allem von den Bischöfen in Bamberg und Mainz fanden nämlich im April und Mai 1080 Versammlungen statt auf denen sich zahlreiche Bischöfe sehr eindeutig hinter Heinrich stellten so nimmt es nicht Wunder dass bereits am 25. Juni in Brixen eine Synode von 30 vor allem italienischen aber auch deutschen Bischöfen in Anwesenheit Heinrichs des Vierten tagte die in der Tat das in Mainz in Aussicht genommene die Absetzung Gregors durchführte Auf der Basis vieler darunter schwerwiegender neuer Vorwürfe gegen Gregor kommen die Synodalen zu dem Urteil dass der vom wahren Glauben Abtrünnige den kirchlichen Satzungen gemäß abzusetzen und auszutreiben ist Die Lage Heinrichs wurde jedoch noch viel besser als es die Unterstützung der Bischöfe bereits anzeigt Er wurde nach seiner Rückkehr ins Reich im Herbst 1080 wieder militärisch gegen Rudolf und die Sachsen aktiv Am 15. Oktober kam es zur Schlacht die die Causa der beiden Könige entscheiden sollte Diese Schlacht hatte keinen eindeutigen Sieger aber einen eindeutigen Verlierer Zwar hatte König Heinrich selbst fliehen müssen und auch andere Teile seines Heeres waren in schwere Bedrängnis geraten doch schlimmer erging es König Rudolf der eine tödliche Verwundung erhielt Die Sachsen begruben ihn königlich in Merseburg wo seine Grabplatte bis heute erhalten ist Mit dem Tod Rudolfs war Heinrich jedenfalls seines gefährlichsten Gegenspielers ledig Der Salier war dadurch zwar der durch Rudolf und Papst Gregor ausgelösten Krisen nicht wirklich Herr doch die unmittelbare Bedrohung seiner Herrschaft war zunächst einmal vorbei Heinrich konnte in die Offensive gehen Nachdem Heinrichs Gegner in Deutschland mit Rudolf von Rheinfelden ihren Anführer verloren hatten war es für den König gewiss vordringlich den Papst der ihn zweimal gebannt und der Königswürde beraubt hatte vom Stuhl Petri in Rom zu vertreiben und dem in Brixen in Aussicht genommenen neuen Papst Clemens den dritten zum Durchbruch zu verhelfen Nur so konnte Heinrich wohl auch darauf hoffen endlich zum Kaiser gekrönt zu werden Viel kam auf die Haltung der Römer an als Heinrich der Vierte um das Pfingstfest 1881 mit seinem Heer von Ravenna kommend vor Rom eintraf Die Römer stellten sich vor Gregor den Siebenten und die Stadt blieb dem König verschlossen so dass er außerhalb der Mauern ein Zeltlager aufschlagen musste Heinrich nützte auch die schriftliche Beteuerung nichts er sei in friedfertiger Absicht gekommen und wurde durch gemeinsame Beratungen die Zwietracht zwischen Königtum und Priestertum aus dem Wege räumen Mehrere Wochen hat das Heer Heinrichs vor Rom gelegen und außer der Verwüstung des Umlands nichts erreicht ehe es wegen der Sommerhitze dann unverrichteter Dinge abziehen musste Aber Heinrich blieb in Italien Sein oberitalienischer Anhang war stark genug um ihn hier unangegriffen herrschaftliche Tätigkeiten durchführen zu lassen Währenddessen hatte man nördlich der Alpen mit einiger Verzögerung erneut einen Gegenkönig erhoben Hermann von Salm Er stammte aus lothringischem Hochadel und wurde am Weihnachtsfest in Goslar gesalbt und gekrönt Schon früh im Jahr 1082 sobald es die Witterungsverhältnisse erlaubten stand dann Heinrichs Heer erneut vor Rom und es war nun offensichtlich größer Auch die Sprache seines Manifestes das er wieder an die Römer richtete war nun offensiver Er forderte ein Gericht über Gregor an dem die Römer beteiligt sein sollten Unmittelbare Wirkung hat dieses Manifest nicht Doch war es Gregor wegen der Belagerung auch nicht möglich die übliche Fastensynode abzuhalten Ein bemerkenswerter Erfolg gelang Heinrich vor allem dadurch dass er in einem Treffen bei Albano den Normanen Jordanes von Capua zu einem Frontwechsel veranlasste Der Normanen leistete Heinrich einen Treueeid und stellte seinen Sohn als Geisel Die Normanen von Apulien und Capua waren in ihrer Haltung zu Gregor VII. nun gespalten Die Fronten begannen also zu bröckeln aber langsam Weitere Erfolge ließen vorerst auf sich warten und Heinrich sah sich abermals genötigt die Belagerung Roms zu unterbrechen und in Norditalien die Markgräfin Mathilde und ihre Anhänger zu bekämpfen Papst Gregor versuchte gegen Jahresende durch eine Reise nach Benevent Herzog Robert Giscard zum Eingreifen in Rom zu bewegen bevor Heinrichs Heer Anfang 1083 erneut mit der Belagerung der ewigen Stadt begann Neben militärischen Mitteln wurden weiterhin auch solche des Verhandelns benutzt Anfang Juni änderte sich die Lage gravierend durch eine Unachtsamkeit der Römer gelang es den Truppen Heinrichs die Leostadt einzunehmen und St. Peter unter ihre Kontrolle zu bringen Mit diesem Erfolg war zwar keine Entscheidung gefallen denn Gregor zog sich in die schwer einnehmbare Engelsburg zurück und der Papst war durchaus noch in der Lage an die Einberufung einer Generalsynode zu denken zu der alle nicht gebannten Kleriker und Laien an einen sicheren Ort kommen sollten unter Heinrichs Anhängern herrschte Sieges Zuversicht durch den Einbruch in die Stadt Rom war jedenfalls Bewegung in die starren Fronten gekommen obgleich die Auseinandersetzung alles andere als entschieden war immerhin verpflichteten sich die Römer im Sommer dieses Jahres in einem geheimgehaltenen Eid dafür zu sorgen dass Papst Gregor Heinrich innerhalb einer bestimmten Zeitfrist zum Kaiser Kröne oder sie würden einen Papst erwählen der diese Krönung vollziehen werde Im November kam die von Gregor einberufene Synode zustande auch wenn es ihr erheblich an Teilnehmern mangelte Hierfür hatte allerdings nicht zuletzt Heinrich gesorgt Der Anreisende hatte abfangen und einsperren lassen Gregors weiterhin strikte Weigerung eine Kaiserkrönung Heinrichs ins Auge zu fassen bevor sich dieser einer Genugtuungsleistung für seine Exkommunikation unterzogen hatte entfremdete ihm jedoch die Römer weiter Entscheidend wurde dann der Abfall der im Kollegium der Kardinäle um sich griff Nicht weniger als 13 Kardinäle wechselten zur Partei Heinrichs über unter ihnen engste Vertraute Gregors die sich mit seinem autokratischen Herrschaftsstil und seiner Kompromisslosigkeit nicht mehr abfinden mochten Auch ein angeblicher Versuch Gregors den Kardinälen unter Gewaltandrohung den Eid abzupressen nicht von seiner Seite zu der Heinrichs überzulaufen verfing nicht mehr jedenfalls suchte eine Gesandtschaft der Römer Heinrich auf versicherte ihn der Unterstützung und bat ihn nach Rom zurückzukehren Heinrich wurde am 21. März mit feierlichem Adventus Zeremoniell in Rom eingeholt und nahm Residenz im Lateranpalast Sofort berief er eine Synode ein die Gregor den Siebenten die päpstliche Würde absprach und ihn exkommunizierte An seiner Stelle wurde Clemens III. am 24. März auf den päpstlichen Stuhl erhoben Aus dem römischen Recht hatte man den Hauptvorwurf gegen Gregor abgeleitet Mit der Anerkennung des Gegenkönigs Rudolf hatte sich Gregor des Krimen Lese Majestates des Majestäts Verbrechens schuldig gemacht Nach der Amtseinsetzung Clemens des Dritten konnte die Kaiserkrönung eine Woche später am Osterfest vollzogen werden Die konstitutiven Rituale der Weihe und Krönung vollzog man in St. Peter Bei den Prozessionen von und nach St. Peter ging Heinrich unter der Kaiserkrone und trug Zepter und Reichsapfel während ihm die heilige Lanze vorangetragen wurde Vor ihm platziert waren in diesen Prozessionen Bischöfe Äbte und Priester Geleitet wurde er vom Papst und dem Erzbischof von Mailand Es folgten ihnen Herzöge Markgrafen und Grafen Geistliche und Laien sangen dabei Hymnen und Laudes im Wechselgesang Gregor VII. hingegen saß weiterhin in der Engelsburg Unerreichbar zwar aber nicht in der Lage die Abläufe zu stören oder gar zu verhindern Aber schon im Mai schickte sich Herzog Robert Giscard an dem bedrängten Gregor zu Hilfe zu eilen wozu dieser ihn eindringlich aufgefordert hatte Heinrichs Abzug aus Rom und bald auch aus Italien hatte etwas Fluchtartiges In In wenigen In wenigen Wochen zog er sich zurück und kündigte auch seinen Anhängern in Deutschland sein baldiges Erscheinen in Regensburg an Lediglich seinen minderjährigen Sohn Konrad ließ er in Oberitalien zurück um auf diese Weise die Präsenz des saarlischen Königtums aufrecht zu erhalten Diese Verhaltensweisen überraschen stellte sein Abzug aus Rom doch alles Erreichte wieder in Frage Warum Heinrich wieder versucht hat Robert Giscard Widerstand zu leisten noch mit ihm zu verhandeln entzieht sich unserer Kenntnis Die Normanen Herzog Robers nahmen Rom nach Heinrichs Abzug ohne Schwierigkeiten ein befreiten Papst Gregor und beendeten so die Herrschaft Clemens des Dritten der sich in Tivoli verschanzte Damit waren eigentlich alle Erfolge Heinrichs zunichte gemacht Das gewaltige normannische Heer plünderte Brandschatzte und verwüstete Rom dann aber so gnadenlos dass es Gregor nicht wagen konnte nach Abzug der Normanen länger in Rom zu bleiben Also zogen er und seine engsten Vertrauten zusammen mit dem Heer Roberts in den Süden und hinterließen so ein Macht Vakuum In Rom hatte er keine Chance auf Anerkennung mehr was nichts deutlicher zeigt als die Tatsache dass Clemens der dritte nach Rom zurückkehren und dort das Weihnachtsfest 1084 feiern konnte Am 25. Mai 1085 ist Gregor dann in Salerno verstorben in dem Bewusstsein dass dass der Verbannung sterbe weil er die Gerechtigkeit geliebt habe Ein Brief Heinrichs an den Bischof Dietrich von Verdun geschrieben auf dem Rückweg nach Deutschland verrät deutlich welche Prioritäten Heinrich für die Zeit nach seiner Rückkehr setzen wollte und welche Schwierigkeiten er erwartete Immerhin ging er davon aus dass einige Sachsen aber auch Erzbischof Gebhardt von Salzburg mit ihm Frieden schließen und seine Herrschaft anerkennen würden In dieser Frage wollte er dem Rat Dietrichs folgen damit nur ja wirklich Frieden werde in unserer Zeit Es gab genügend Krisenherde mit denen sich der zurückkehrende Herrscher zu beschäftigen hatte Neben den weiterhin bestehenden Problemen in Sachsen und Lothringen waren die Aktivitäten der süddeutschen Gregorianer alles andere als ungefährlich Heinrichs Rückkehr gestaltete sich zunächst erfolgreich Er gewann Augsburg nach kurzer Belagerung zurück wandte sich dann nach Mainz wo er mit Erhebung des neuen Erzbischofs Wezilow eine ausgesprochen fähige Person in das Amt brachte Überhaupt unterschieden sich die zahlreichen Bischofserhebungen die Heinrich in den Jahren nach seiner Rückkehr ins Werk setzte stark von denen die in den ersten Jahrzehnten seiner Herrschaft so viel Widerstand und Empörung hervorgerufen hatten Nun wählte er offensichtlich fähige Kandidaten aus die überdies gegenüber Heinrich eine strikte Loyalität warten Mit den Sachsen scheinen Anhänger Heinrichs in der gleichen Zeit Gesprächskontakte aufgenommen zu haben denn es wird schon für 1084 von einem Kolloquium der verfeindeten Parteien in Gerstungen berichtet das allerdings ergebnislos endete das Weihnachtsfest 1084 feierte der Kaiser in Köln wohin viele gekommen sein sollen als wenn sie begierig auf die neue Herrschaft wären jedenfalls Es ging ging die Rückkehr des Herrschers ohne Probleme von statten Weder der Gegenkönig der ihr weitgehend untätig zusah noch andere Gregorianer verhinderten dass Heinrich seine Herrschaftsansprüche zur Geltung brachte Gleich zu Beginn des nächsten Jahres erzielte die Partei Heinrichs dann einen Erfolg der geradezu als aufsehen erregend bezeichnet werden kann wenn man ihn am Echo der erhaltenen Quellen Mist Am 20. Januar 1085 trafen sich im thüringischen Gerstungen Berger nämlich erneut Vertreter bei der Parteien um in einem Kolloquium Standpunkte auszutauschen und Friedensmöglichkeiten zu erörtern Die Anhänger Heinrichs hatten sich diesmal gut vorbereitet Der Bischof von Utrecht begann als Sprecher der Partei Heinrichs zunächst ganz versöhnlich Keiner von uns wird wieder eurer Meinung sein Dann aber brachte er das neue Argument Unser Herr dessen Sache hier erörtert wird ist gar nicht gebannt worden weil der Papst ungerecht an ihm gehandelt hat da er den bannte den er nicht bannen durfte Und er bat den Erzbischof Wezilo von Mainz ein bestimmtes Papstdekret vorzulesen in dem es heißt dass jemand der seines Eigentums beraubt oder mit Gewaltakten von seinem Sitze vertrieben wurde nicht angeklagt vorgeladen gerichtet oder verurteilt werden kann bevor ihm nicht alles geraubte vollständig zurückerstattet ist und er in Frieden lange Zeit seine Ämter ausüben kann nachdem ihm sein eigener Sitz vorschriftsmäßig zurückgegeben ist Diese Bestimmung brachten die Anhänger Heinrichs nun für ihren König in Anschlag der zur Zeit der Bannung durch Gregor den Siebenten aufgrund der sächsischen wie der schwäbischen Aufstände eines Teils seines Reiches beraubt gewesen sei Ergo habe man ihn nicht bannen dürfen So ging man ohne Ergebnis aber durchaus in dem Bewusstsein auseinander dass die Anhänger Heinrichs einen wichtigen Erfolg errungen hatten Es dauerte in der Tat einige Zeit ehe die Gregorianer die neue Situation analysiert hatten und ihr argumentativ zu begegnen in der Lage waren Jedoch bekamen die Gegner Heinrichs untereinander Streit der massiv eskalierte Heinrich machte unterdessen Zugeständnisse wenn die Sachsen zu ihm umkehren und ihn die Herrschaft des Vaters genießen lassen würden würde er ihnen niemals jenes Recht beeinträchtigen welches sie seit der Zeit ihres Eroberers Karl für das geeignetste und Herrlichste gehalten hatten Wenn man dieses Zugeständnis nicht als taktische Finte ansehen will tritt uns hier ein gewandelter Herrscher entgegen der in neuer Weise kompromissfähig geworden war und es so seinen Gegnern schwerer machte ihren Widerstand aufrecht zu erhalten Heinrichs gestiegener Rückhalt im Reich manifestierte sich in einer Reichssynode die er für die Zeit nach Ostern in Mainz anberaumt hatte Sie konterte sozusagen die Quedlenburger Synode der Gregorianischen Partei und sie tat dies erfolgreich Denn nachdem man drei Tage auf die geladenen aber nicht erschienenen Bischöfe der Gegenseite gewartet hatte setzte man sie nicht nur ab und exkommunizierte sie sondern man ging in Mainz nun einen Schritt weiter und daran neue Bischöfe für die immerhin neuen Bischofssitze zu ernennen die man als vakant deklarierte Der Rückhalt für diese Entscheidung war innerhalb des Reichsepiskopats groß denn immerhin drei Erzbischöfe und 15 Bischöfe nahmen an der Synode teil drei andere hatten ihr Einverständnis mit allen Entscheidungen durch Abgesandte ausdrücken lassen Der Reichsepiskopat bekannte sich also in einem Ausmaß zu Heinrich wie es seit der Wormser Synode vom Januar 1076 nicht mehr der Fall gewesen war und dieses Mal scheint der Zusammenhalt nicht brüchig gewesen zu sein Angesichts der Erfolge und der Erosion der Front sächsischer Gegner nimmt es nicht Wunder dass der Gegenkönig Hermann von Salm und einige gregorianische Bischöfe Sachsen sofort verließen und zu den Dänen flohen als Heinrich im Sommer 1085 mit einem Heer in Sachsen einfiel Sachsen schien nun loyal zum König zu stehen auch wenn es im Land bittere Kommentare über das Versagen der schwankenden Jugend gab wie fragil die sächsische Bereitschaft zur Interwerfung unter die saalische Herrschaft jedoch war zeigte sich in dem Moment in dem Heinrich begann weltliche Herrschaftspositionen nach seinen Vorstellungen neu zu vergeben dies fassten die Sachsen sofort als einen Eingriff in das Recht ihrer Vorfahren auf das Heinrich zu beachten versprochen hatte unter Führung des Markgrafen Egbert des Zweiten von Braunschweig rebellierte der sächsische Stamm und da Heinrich sein Heer bereits entlassen hatte musste er ruhmlos und heimlich aus Sachsen weichen Der Gegenkönig Hermann und die gregorianischen Bischöfe kehrten zurück und übernahmen erneut die Macht in Sachsen Von Von diesem Rückschlag hat sich Heinrichs Machtstellung eigentlich nicht mehr erholt Heinrich und seine Partei konnten es nicht verhindern dass die gegnerischen Kräfte in Sachsen und den Schwaben seit 1086 an Einfluss gewannen und wieder in Kontakt miteinander traten Deshalb kam es auch 1086 zur Belagerung von Würzburg weil diese Bischofsstadt für beide Seiten von strategischer Bedeutung war Am 11. August erlitt im Umfeld dieser Belagerung ein Heer Heinrichs dann eine vernichtende Niederlage Aber selbst solche Niederlagen brachten keine grundsätzliche Wende und vergrößerten zunächst auch nicht die Bereitschaft zur friedlichen Beendigung des Konflikts An der grundsätzlichen Zustimmung seiner Getreuen zur Politik Heinrichs scheint sich jedenfalls nichts verändert zu haben denn diese erhoben in Aachen Heinrichs Sohn Konrad zum Mitkönig und sicherten so das Fortbestehen der Saalischen Dynastie Erst 1088 ist es wohl zum Friedensschluss der wichtigsten gregorianischen Bischöfe Sachsens mit Heinrich IV. gekommen Es Es könnte Es könnte sein dass hier auch Heinrichs zweite Ehe vereinbart wurde nachdem seine Gemahlin Bertha im Jahre 1087 verstorben war Heinrichs Wahl fiel auf die Witwe des Markgrafen Udo von Stade Eupraxia eine Tochter des Großfürsten von Kiew die im Westen Adelheit genannt wurde Der Kaiser heiratete sie im nächsten Jahr in Köln wobei interessanterweise Erzbischof Hartwig von Magdeburg sein früherer Gegner die Krönung der Kaiserin vollzog Deshalb liegt die Annahme nahe dass dieser Heirat Bestandteil des erneuten Friedens zwischen Heinrich und den Sachsen war Die langjährigen Bemühungen um eine Konsolidierung der Lage im Reich hatten also letztlich keiner Seite einen durchschlagenden Erfolg gebracht auch wenn die Lage Heinrichs am Beginn der 90er Jahre des seiner Gegner die nach dem Tode des erfolglosen Gegenkönigs Hermann nicht einmal mehr die politische Kraft aufbrachten dem Saalia einen dritten Gegenkönig entgegen zu stellen Andererseits war auch Heinrichs Stellung alles andere als konsolidiert wenn man die Lage im gesamten Reich unter Einschluss Italiens berücksichtigt Immerhin hatte sich seit 1088 der gregorianische Papst Urban II. gegen den kaiserlichen Papst in Rom durchsetzen können Es überraschte deshalb nicht dass Heinrich IV. sofort reagierte als sich seine oberitalienischen und süddeutschen Gegner in einer überraschenden Allianz zusammenfanden Diese manifestierte sich in der Heirat der Markgräfin Mathilde von Tuszien mit Welf V. dem Sohn von Heinrichs hartnäckigem Gegner Herzog Welf V. Eine Verbindung die auf Betreiben Papst Urbans des Zweiten zustande gekommen war und eine über vierzig jährige Braut mit einem siebzehnjährigen Bräutigam vereinigte Es war wohl diese neue Situation die Heinrich IV. veranlasste sofort nach Italien aufzubrechen und sich in einen dritten Italien Zug zu stürzen der von 1090 bis 1098 dauerte und von Siegen und Niederlagen erfolgreichen und erfolglosen Belagerungen sowie wechselnden Bündnissen geprägt war So viel im Frühjahr 1093 in Italien völlig überraschend Heinrichs Sohn und Mitregent Konrad vom Vater ab und wechselte zur Partei der Gregorianer und der Markgräfin Mathilde Das Das gleiche tat ein Jahr später auch Heinrichs zweite Gemahlin Eupraxia Adelheit die aus einer Gefangenschaft in der Heinrich sie aus unbekannten Gründen gehalten hatte entfloh und sich unter den Schutz der Markgräfin Mathilde und Welfs des Fünften begab Von Heinrich ist für die Jahre 1093 bis 1096 wenig mehr zu berichten als dass er im engen Umkreis von Verona zur Untätigkeit verurteilt war während seine Gegner das Feld beherrschten Aufsehen erregend aber war die Art und Weise in der die gregorianische Seite die Flucht und den Parteiwechsel der Gemahlin Heinrichs des Vierten nutzte Papst Oban der Zweite ließ sie nämlich auf der Synode von Piacenza auftreten und dort öffentlich ihre Anklagen gegen Heinrich den Vierten vortragen In der Öffentlichkeit habe Heinrichs zweite Frau demütig zu Füßen des Papstes liegend und um Rekonziliation bittend die Geschichte ihrer Leiden erzählt Diese gipfelte in der Aussage Heinrich habe sie häufig durch seine Milites vergewaltigen lassen Die Aussage beeindruckte so gewaltig und veranlasste den Papst Heinrich nochmals zu exkommunizieren Wie bei älteren Vorwürfen bezüglich Heinrichs sexueller Vergehen ist festzustellen dass diejenigen die sie erhoben die Öffentlichkeit nicht scheuten sondern geradezu danach drängten sie öffentlich zu präsentieren Es handelt sich nicht um Gerüchte und üble Nachrede im Verborgenen sondern um Vorwürfe die in diesem Fall zur Grundlage einer erneuten Exkommunikation gemacht wurden Ganz Und so einfach wie es die Forschung lange Zeit tat sind sie daher wohl nicht aus der Welt zu schaffen Der Abfall des Sohnes Konrad die Aussagen der Gemahlin Praxedes vor der Synode in Piacenza die Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit machten eines deutlich Heinrichs Lage konnte kaum trostloser sein als durch die Koalition der süddeutschen Herzog Well von Bayern und Berthold von Zeringen mit Bischof Gebhard von Konstanz abgeschnitten die ihm die Rückkehr ins Reich über die Alpenpässe verwehrte In Italien war sein Bewegungsraum aufgrund der militärischen Misserfolge und wegen des fehlenden Zuzugs von Kriegern aus dem Reich auf die Gegend von Verona beschränkt Auch die Zahl seiner italienischen Gegner war deutlich angewachsen und Papst Urban II. dominierte in diesen Jahren mit seinem Aufruf zu Kreuzzügen die europäische Politik Dennoch gelang es Heinrich sich noch einmal aus dieser Situation zu befreien Ausgelöst wurde der Umschwung aber weniger durch Heinrichs eigene Aktivitäten als durch eine Krise in der Koalition seiner Gegner besonders bei den Welfen Es war der 100-jährige Greis Markgraf Albert Atzo der Vater Welfs des Vierten der sich persönlich zu Heinrich dem Vierten begab und in Padua den Ausgleich zwischen seinem Sohn und dem Kaiser in die Wege leitete Welf der Vierte wurde offenbar nicht genötigt seine Unterstützung für Papst Urban aufzugeben und den Gegenpapst anzuerkennen Heinrich der Vierte hat also den Ausgleich nicht durch ein Beherren auf Maximal Positionen behindert sondern pragmatisch das akzeptiert was zu erreichen war Der Kaiser hat sich diesen Ausgleich einiges kosten lassen und die unverhoffte Chance ergriffen die ihm die Rückkehr ins Reich ermöglichte Er nutzte diese Verhandlungen offensichtlich auch dazu im Süden des Reiches einen umfassenden Ausgleich in die Wege zu leiten um sich Voraussetzungen für seine Rückkehr ins Reich zu ermöglichen Im Jahre 1097 konnte Heinrich das Pfingstfest in Regensburg feiern wo sich eine ansehnliche Zahl von geistlichen wie weltlichen Reichsfürsten einfand unter ihnen auffallend viele sächsische und thüringische Die Beteiligung der Großen an diesem Erstauftritt des Kaisers im Reich nach seiner langen Abwesenheit ist ein sicherer Indikator dafür dass sie seine Herrschaft zu akzeptieren und zu stützen bereit waren Die neugewonnene Eintracht kam im Frühjahr 1098 auf einem Hoftag in Mainz zum Ausdruck als die Fürsten dem Wunsch Heinrichs des Vierten entsprachen und seinem abgefallenen Sohn Konrad das Königtum und Erbe aberkannten und es seinem jüngeren Sohn Heinrich übertrugen Der Vater versuchte bezeichnender Weise dessen zukünftigen Herrschaftsdrang dadurch einzudämmen dass er ihm bei dieser Gelegenheit den Eid abnahm sich zu Lebzeiten des Vaters nie ohne dessen Einwilligung in die Herrschaft einzumischen Als man am 6. Januar 1099 Heinrich den Fünften in Aachen feierlich zum König salbte und krönte ließ man ihn diesen Eid wiederholen Insgesamt wirkt Heinrichs Herrschaft im Reich in den Jahren nach seiner Rückkehr ausgesprochen gefestigt und unbestritten was angesichts seiner langjährigen Abwesenheit und faktischen Entmachtung überraschend erscheint Seine Hoftage waren in aller Regel gut besucht die Bischofserhebungen gelangen fast immer im kaiserlichen Sinne und fanden keinen Widerspruch die Kraft der gregorianischen Ideen schien zumindest im Reich gebrochen die Besetzung der Hoftage zeigt dass sich die weltlichen wie geistlichen Fürsten in angemessener Weise an der Entscheidungsfindung beteiligt fühlten Es war ein Vorfall in Regensburg am Anfang des Jahres 1104 der plötzlich die alten Probleme der Herrschaft Heinrichs wie mit einem Brennglas zu bündeln schien Was der Auslöser für eine erneut machtvolle Oppositionsbewegung gegen Heinrich IV. gewesen ist an deren Spitze sich trotz seines mehrfachen Eides sein Sohn Heinrich stellte beschäftigt bis vielleicht waren es einfach mehrere Tropfen die das Fass erneut zum Überlaufen brachten Der Geschichtsschreiber Egerhard von Aura hat mehrere Versionen einer Geschichte dieser Zeit verfasst von denen er einer Heinrich dem Fünften widmete Wir haben Wir haben also wieder einen Gegner Heinrichs des Vierten als Kronzeugen Kaiser Heinrich feierte das Geburtsfest des Herren in Regensburg Während er sich dort eine Weile aufhielt und die bayerischen Fürsten schon länger darüber murrten dass er die Sachsen und Franken freundlicher und ehrenvoller behandle als die Bewohner des Landes begann er den Grafen Siegehart der darüber den stärksten Unwillen äußerte mit Argwohn zu betrachten Das geschah vor allem deshalb weil dieser allein mehr Krieger mit sich führte als alle damals anwesenden Fürsten und sich für den Fall das vielleicht von Seiten des Hofes etwas Übles geschehe zum Widerstand gerüstet zu haben schien Als der Graf sich nach einigen Tagen sicherer fühlte und seinen Scharen die Erlaubnis gegeben hatte abzuziehen verschworen sich die Bürger von Regensburg und verschiedene Ministerialen und entfachten gegen ihn einen wütenden Aufstand Der Aufruhr konnte auf keine Weise auch nicht als des Kaisers Sohn zu vermitteln suchte beigelegt werden Von der dritten bis zur neunten Tagesstunde wurde der Graf in seiner Herberge belagert und als endlich die Tore aufgebrochen waren fand er den Tod durch Enthauptung nachdem er gebeichtet und die Wegzehrung durch das Sakrament des Herren erhalten hatte Die Hildesheimer Annalen die einen Bericht über die Erhebung Heinrichs des Fünften unter Einschluss der fraglichen Vorgänger enthalten bringen das wichtige Detail dass es die eigenen Ministerialen waren die sie gehart umbrachten weil dieser ein ungerechtes Urteil gegen sie gefällt habe und sie fügen an dass dem Kaiser aus diesem Vorfall sehr großes Meinung gewesen sein dass die Tat von Heinrich dem Vierten durch Untätigkeit zugelassen worden sei sowohl die Dauer der Belagerung als auch die Möglichkeit zu Beichte und Sakramenten Empfang die dem Grafen Sieger hart gegeben wurde spricht dafür dass sich die Ministerialen ihrer Sache sehr sicher sein konnten und nicht mit einem Eingreifen des in der Stadt anwesenden Kaisers rechnen mussten Die alten Vorwürfe gegen Heinrich den Vierten er umgebe sich mit Leuten niedrigen Standes bevorzuge sie und berate sich vorzugsweise mit ihnen dürften keinesfalls vergessen gewesen sein und ebenso wenig diejenigen Vorwürfe die dem Kaiser heimtückische Mordanschläge gegenüber Adligen zur Last legten Mit seiner Regensburger Untätigkeit könnte der Kaiser daher alte Befürchtungen verschiedenster Art geweckt haben Heinrichs Sohn hat sich nicht sofort vom Vater distanziert sondern erst ein Jahr später in dem Moment als sich Heinrich der vierte Ende November 1104 mit einem Heer gegen die Sachsen wandte weil der Graf Dietrich von Katlenburg eine Delegation Magdeburger Kleriker und Laien gefangen genommen hatte die in einer strittigen Magdeburger Bischofswahl beim Herrscher intervenieren und einen anderen Kandidaten durchsetzen wollten König Heinrich der fünfte zog noch gemeinsam mit dem Vater bis Fritzlar entfernte sich dann jedoch aus dem Kaiserlichen Heer und suchte von dort an Unterstützung für sein Vorhaben selbst die Herrschaft zu übernehmen also zielbewusst dort wo die Gregorianische Sache traditionell ihre Anhänger hatte folgerichtig eilte er von Bayern zunächst nach Thüringen dann nach Sachsen der Halsstarrigkeit und dem Ungehorsam des Vaters gegenüber der Kirche stellte er das Konzept eines Königs gegenüber dass den Priestern Christi die angemessene Ehrerbietung zollte auf diese Weise erhielt der junge König die dringend benötigte Unterstützung der Sachsen wie der Gregorianer nach der Konsolidierung seiner Stellung konnte der Sohn jedenfalls in die Offensive gehen und er zog gegen den Vater der sich in der fraglichen Zeit relativ untätig in Mainz aufgehalten hatte zu kriegerischen Auseinandersetzungen aber waren Fürsten beider Seiten wenig bereit da sie dem Vater wie dem Sohn Eide geleistet hatten so kam es lediglich zu Verhandlungen in denen erfolglos nach einer Lösung gesucht wurde doch bestand Heinrich der Fünfte allem Anschein nach auf einer Unterwerfung des Vaters unter den Papst was eine Heinrich IV hatte nämlich gerade selbst einen Versuch gestartet mit dem von den Gregorianern erhobenen Papst Paschalis der ihn 1102 erneut hatte bannen lassen Verhandlungen aufzunehmen unverrichtete Dinge zog der Sohn jedenfalls von Mainz ab und über Würzburg nach Nürnberg das er nach einer Belagerung einnahm dann löste er sein Heer auf und zog sich nach Regensburg zurück Nun zeigte sich jedoch dass es auch dem Vater durchaus nicht an militärischen Kräften fehlte denn er folgte wohl unbemerkt seinem Sohn und überraschte ihn mit seinem Auftauchen vor Regensburg so sehr dass Heinrich V fluchtartig die Stadt räumen musste Die Überraschung hielt aber nicht lange vor und bald standen sich am Fluß Regen die Heere des Vaters und des Sohnes kampfbereit gegenüber Aber wieder wie vor Mainz scheint sich das Verantwortungsbewusstsein der Fürsten durchgesetzt zu haben So wird berichtet an dem Tag vor dem mit Sicherheit bevorstehenden allgemeinen Kampf begannen die Fürsten die die mächtigsten Häupte der beiden Heere zu sein schienen miteinander Friedensgespräche Sie kamen zu dem übereinstimmenden Urteil dass man das Volk schonen und überhaupt von einem vatermörderischen Krieg Abstand nehmen müsse Erneut finden wir hier also die Eigeninitiative der Fürsten die eine Eskalation der Gewalt verhindert Heinrich der Fünfte hat in dieser Situation offenbar seine Schwester Agnes die Witwe des Stauferherzogs Friedrich dem Markgrafen Leopold zur Ehe versprochen und so erreicht dass dieser Heinrich dem Vierten die Unterstützung aufsagte Durch diesen und andere Parteiwechsel seiner Anhänger sah sich Kaiser Heinrich dann gezwungen heimlich das Heerlager zu verlassen und zu flüchten Mit einem komplizierten Umweg über Böhmen und Sachsen erreichte er schließlich wieder Mainz wo man nun einen Angriff des Sohnes fürchtete Daraufhin flüchtete Heinrich der Vierte noch einmal zunächst auf die Burg Hammerstein dann nach Köln Es begann der letzte Akt im Drama Heinrichs des Vierten der seinem Sohn militärisch wohl nicht mehr gewachsen war Einem für Weihnachten 1105 für Mainz angesagten Hoftag zu dem sein Sohn alle Fürsten geladen hatte wollte sich Heinrich der Vierte aber stellen um seine Sache zu verteidigen In einem Brief an Hugo Er Möge doch von der unmenschlichen Verfolgung seines Vaters ablassen Er aber warf sich seinerseits unter dem Anschein und Deckmantel des Friedens und des Einverständnisses uns zu Füßen und bat unter Tränen und beschwor uns wir möchten uns ihm bei seiner Seele und seiner Treue anvertrauen und da er von unserem Fleisch und Blut sei nicht zögern mit ihm zu dem genannten Tag nach Mainz zu gehen Er selbst wolle uns unter Garantie unserer Sicherheit dorthin geleiten und zu jedem gewünschten Ort zurück führen Nach dieser Garantie habe Heinrich der Vierte seine Begleitung entlassen und sich dem Sohn anvertraut In Bingen habe dann aber Heinrich der Fünfte seine Maske fallen gelassen und seinem Vater eröffnet er bringe ihn nicht nach Mainz sondern auf eine Burg Alle Bitten des Vaters dies nicht zu tun fruchteten nichts Sie führten Willen ab schlossen uns dort in strengste Haft und übergaben uns unseren Tod Feinden außer drei Laien wurden alle unsere Leute entfernt und nicht einmal ein Priester wurde uns gelassen von dem wir den Leib und das Blut unseres Herrn als Wegzehrung hätten empfangen und dem wir unsere Sünden hätten beichten können Wir wurden von Hunger und Durst und jeder nur möglichen Art von Schmach und Schrecken bis zur Todesnot gequält und wir wurden uns gewiß dass wir nicht lange leben könnten wenn wir uns nicht seinem Willen fügten Es gebe für uns keinen Gedanken an Befreiung wenn ihm nicht alsbald Kreuz Lanze und die übrigen Herrschafts Insignien ausgeliefert würden Als wir uns völlig klar darüber geworden waren dass es für uns keinen anderen Weg zur Freiheit gab erteilten wir den aufbewahrt wurden den Auftrag uns auf diese Weise wenigstens das Leben zu erkaufen sie erkannten die Gefahr für unser Leben und lieferten Kreuz und Lanze mit den übrigen Zeichen aus wenn auch widerstrebend Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren dass sich bei der Begegnung von Vater und Sohn das Recht des Stärkeren durchsetzte Es kam nämlich noch ein zweites Mal zu einem persönlichen Zusammentreffen von Vater und Sohn dieses Mal in Ingelheim Nach diesen unmenschlichen Handlungen führten sie uns aus diesem schrecklichen Gefängnis nach Ingelheim bei Mainz Dort entkam unser Sohn mit unseren Todfeinden und deren Anhang während unsere Getreuen fast alle in Mainz geblieben waren Wir wurden dort wieder peinlichster Befragung und ungerechten Forderungen unterworfen in Gegenwart des päpstlichen Legaten als wir dagegen verlangten antworteten und uns gegen alle Vorwürfe in würdiger Weise rechtfertigen zu dürfen schlugen sie es gebieterisch ab Wir sahen also dass uns doch nur Gewalt und ein längst gefälltes Urteil würde und warfen uns deshalb ihnen zu Füßen und baten um Gott und ihrer Ehre willen derartige Verhöre und Vorwürfe dem Apostolischen Stuhl zu überlassen und uns bis dahin die Würde der persönlichen Freiheit zu belassen Aber auch das wurde uns entgegen aller Menschlichkeit verweigert Wir erfragten darauf eindringlich ob es für uns noch irgendeine Hoffnung auf Leben oder Rettung gebe oder eine Möglichkeit freizukommen Man gab uns zur Antwort wir könnten der drückenden Gefangenschaft nur entrinnen wenn wir das ausführten was sie uns gegen Recht und Würde abverlangten Nämlich dass wir nach ihrem Willen die Krone des Reiches herausgeben Kurzum nachdem sie alles von uns nach ihrem Willen und Befehl erpresst hatten gingen sie nach Mainz und ließen uns entehrt zurück Doch auch mit der Entmachtung in Ingelheim war das Drama noch nicht zu Ende Heinrich IV. floh nach Köln wandte sich dann nach Niederlothringen und fand hier erneut Unterstützung In Köln verzichtete er auf den von den Bürgern angebotenen festlichen Einzug weil er kein Amt mehr innehabe In Aachen zog er dagegen im tiefen Winter 1106 barfuß in die Pfalz Damit demonstrierte er seine Bereitschaft zur Buße und Genugtuung öffentlich die von kirchlicher Seite in hartherziger Strenge nicht honoriert wurde Schließlich nahm der alte Kaiser in Lüttich Aufenthalt wo er mit Lüttich erfolgreich um militärische Hilfe für seine Sache warb Auch Angehörige des lothringischen Hochadels fanden sich zur Unterstützung bereit Dies veranlasste Heinrich V. dem Vater mit einem Heer nachzuziehen dessen beritterne Vorhut jedoch in der unmittelbaren Nähe Lüttichs vollständig vernichtet wurde Da zu allem Überfluß die Bürger Kölns Heinrich V. die Tore verschlossen war er gezwungen das Osterfest in Bonn zu feiern und sich danach bis Mainz zurückzuziehen Ein wenig angemessener Auftakt für einen gerade erhobenen König Doch scheiterte Heinrich V. im Sommer des Jahres offensichtlich auch an der Belagerung Kölns und es war immer noch kein Ende der Auseinandersetzung abzusehen Dann Dann aber starb der Kaiser nach kurzer Krankheit am 7. August 1106 in Lüttich Er ließ seinem Sohn Ring und Schwert und eine letzte Bitte überbringen ihn im Dom zu Speyer an der Seite seiner Ahnen zu begraben Es dauerte bis zum Jahre 1111 bis zu der Zeit als der Sohn selbst mit dem Papstum größte Schwierigkeiten hatte ehe dieser letzte Wunsch des Vaters erfüllt wurde Zuvor hatte Heinrich V. den in der Lütticher Kathedrale bestatteten Leichnam des Vaters aus der Kirche entfernen und ihn in einer ungeweihten Kapelle außerhalb der Stadt beisetzen lassen So widersprüchlich sich Gegner und Anhänger zu Lebzeiten über Kaiser Heinrich IV. äußerten so auch bei der Verkündung seines Todes Biograf Eckerhardt schreibt Plötzlich kam eine Nachricht die den trüben Himmel ihrer Verwirrung in heiteres Blau verwandelte Es hieß nämlich der Kaiser habe das Zeitliche gesegnet Zunächst nahmen sie diese Kunde noch zweifelnd auf aber als ein Bote gekommen war der dem Sohn das letzte Geschenk mit letzten Weisungen brachte Da brach ein solcher Jubel aus dass die Rufe der Glückwünschenden kaum mehr enden wollten Die Gegenseite dagegen hält fest Fürsten trauerten Das Volk wehklagte Überall hörte man Seufzen und Klagen Überall die Stimmen der Trauernden Zu seiner Bestattung strömten Witwen und Weisen und alle Armen des ganzen Landes herbei Sie weinen weil sie den Vater verloren Ihre Tränen fließen über seinen Leichnam Sie küssen seine freigebigen Hände Man konnte sie kaum davon abbringen den entseelten Leib zu umarmen Ja man konnte ihn kaum bestatten Sie wichen auch nicht von seinem Grabe Sie harten bei ihm in Nachtwachen Tränen und Gebeten aus und klagend erzählten sie und im Erzählen klagten sie welche Werke der Barmherzigkeit er an ihnen getan